Und es heißt aus der Regie, wir sind live und damit einen wunderschönen guten Abend zu der heutigen Veranstaltung emanzipatorische Wirtschaftskontroversen. Wie gelingt die sozial-ökologische Transformation der Heinrich Böll Stiftung Rheinland-Pfalz zusammen mit Maurice Höfgen, unter anderem bekannt seines YouTube-Kanals Geld für die Welt. Er ist aber auch Autor, er macht für Jung und Naiv das Wirtschaftsbriefing. Und extrem wichtig, er ist eine wunderbare Hassfigur im Bitcoin-Rap, habe ich jetzt gelernt. Und Ulrike Herrmann, Ulrike ist schon sehr, sehr lange Wirtschaftsjournalistin, schreibt für die Taz, ist bei den KollegInnen aus Hessen in der feministischen Presseschau die Stimme für Wirtschaftsthemen. Ich weiß gar nicht, sie hatte zwölf Folgen, ob es noch weitergeht. Und zwölf Folgen sind auf jeden Fall online. Und Ulrike ist häufiger zu Gast bei Talkshows und wird mir immer wieder in den sozialen Medien eingespielt, weil sie mal unglaublich lustig Frank Thelen geröstet hat in einer Talkshow, was bis heute irgendwie so alle drei Wochen immer mal wieder als Videoschnitzel online geht. Mein Name ist Tilman Schröder, ich bin der Bildungsreferent der Heinrich Böll Stiftung Rheinland-Pfalz. Und vielleicht ganz kurz, damit alle wissen, bei welcher Organisation sie hier gerade zuschauen. Die Heinrich Böll Stiftung oder Heinrich Böll Stiftungen, um genau zu sein, sind die politischen Bildungseinrichtungen und Thinktanks der grünen Partei. Wir sind allerdings nicht parteigebunden, sondern partei-nah. Das bedeutet, wir teilen mit den Grünen ein gleiches Weltbild. Wir hätten gerne eine emanzipatorisch-soziale und vor allem ökologische Politik und Welt. Es sind Bildungseinrichtungen, die in ganz Deutschland verschiedenste politische Bildungsangebote machen. Wir sind in jedem Bundesland vertreten und in jedem Bundesland sind das autonome Landesstiftungen. Und dazu gibt es noch eine Bundesstiftung, die auch auslandaktiv ist, aber selber auch noch mal bundespolitisch aktiv ist. Eine kurze Sache noch. Ulrike ist leider etwas krank. Es ist trotzdem wunderbar, dass du da bist. Vielen lieben Dank. Wer sich an der Diskussion nachher beteiligen möchte, nutzen Sie, nutzt ihr gerne den YouTube-Chat. Fragen werden uns dann hier reingegeben und wir greifen die natürlich gerne aus. Zum Ablauf. Maurice wird gleich ein kurzes Statement dazu geben. Wie seiner Meinung nach eine sozial-ökologische Transformation noch gelingen kann bzw. aussehen sollte. Ulrike bekommt daraufhin eine Replik und dann starten wir direkt in ein Gespräch. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, an denen wir uns entlanghangeln können. Wir haben in den letzten Monaten genug Themen gesehen, über die man diskutieren kann. Eben auch aus einer klaren emanzipatorisch-sozial-ökologischen Sicht. Und ansonsten, habe ich schon gesagt, sind alle eingeladen, gerne sich im Chat zu beteiligen. Das war es jetzt von meiner Seite, war eine etwas längere Vorstellung. Maurice, deine Bühne. Vielen lieben Dank, dass du hier bist. Dein Einstiegsstatement. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo in die Runde. Wenn man darüber nachdenkt, wie kriegen wir die Wirtschaft von Braun auf Grün umgekrempelt? Und zwar möglichst so, dass das schnell funktioniert, dass wenigstmöglich Menschen auf der Strecke bleiben und einen krassen Bruch in ihrer Biografie erleiden. Dann gibt es da ganz viele, ganz viele Fragen, die aufploppen. Manche sind wirklich trivial zu lösen und manche sind sehr schwierig. Ich würde auch mal behaupten, bei allen reicht nicht die ökonomische Antwort, sondern eben eher noch eine politische, weil das Ganze kriegt man natürlich nur hin, wenn es Mehrheiten dafür gibt, für den grünen Umbau. Sobald man die verspielt und es gibt einen Rechtsruck, in Klammern, den wir gerade beispielsweise politisch erleben, ist Klimaschutz in jeglicher Form, würde ich sagen, das erste Opfer. Und deswegen ist es wichtig, dass die Klimapolitik oder eine Wirtschaftspolitik, die Klimaschutz vor allem zum Ziel hat, vor allem populär ist. Und da ist die Frage, wie kriegt man denn so eine Politik populär? Jetzt ist das nicht die Herangehensweise, die Ulrike beispielsweise für sich haben muss oder in ihrem Buch haben muss. Das ist vielleicht schon mal vorneweg. Wir wissen alle, wenn man sagt, wir müssen die Wirtschaft extrem schrumpfen und wir müssen verzichten, dann ist das nichts, womit man ein Wahlprogramm schreibt und womit man zur Wahl antritt, völlig klar. Also das können wir schon mal vorneweg abräumen. Trotzdem ist das, wenn man darüber nachdenkt, was sollte die Ampel vielleicht besser machen? Und wie kritisiert man vielleicht das, was die Ampel macht? Ist das schon was, wo man darüber nachdenken sollte? Und einen konkreten Punkt, um vielleicht mal mit dem anzufangen, wie kriegt man Mehrheiten dafür und wie schafft man Akzeptanz dafür, wäre beispielsweise Großzügigkeit bei kleinen Einzelmaßnahmen walten zu lassen, um mehr Akzeptanz im Großen zu schaffen. Was meine ich damit? Wenn jetzt die Mehrwertsteuer auf Gase und Fernwärme zum Jahreswechsel von 7 auf 19 Prozent wieder erhöht wird, dann trifft das 27 Millionen Haushalte. Deren Gasrechnung, deren Heizrechnung wird dann 12 Prozentpunkte teurer. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist einfach notwendig, weil wir wissen ja, fossile Energien, die müssen teurer werden. Nur die Lenkungswirkung, die man sich eben von diesem Preisanstieg verspricht, die gibt es in der Realität nicht immer. Wer zur Miete wohnt, muss diese 12 Prozentpunkte mehr Mehrwertsteuer einfach schlucken. Der wird deswegen sein Heizverhalten nicht groß ändern können. Der wird auch die Heizart nicht ändern können, sondern muss einfach woanders Ausgaben kürzen. Und das ist in einer Zeit, in der die Preise sowieso hoch sind, wo jeder Supermarkteinkauf Frust ist. Einfach Frust obendrauf, der keinen einzigen Klimaschutzvorteil bringt, sondern nur Akzeptanznachteile. Jetzt könnte man sagen, gut, aber es sind natürlich nicht alle Mieter, es sind ja auch ein paar Vermieter und ein paar Eigentümer dabei. Vielleicht ist für die der Preisanreiz, diese plus 12 Prozent Steuern sinnvoll. Dann würde ich dafür sagen, dafür müssen wir aber nicht alle Mieter in Mitleidenschaft ziehen, sondern dafür haben wir das Heizungsgesetz gemacht. Und das Heizungsgesetz, das sind wir auch mittlerweile alle, das war auch schon kontrovers genug. Aber das wäre quasi die Regulierung, die man dann dafür hat. Da muss man nicht zusätzlich auch noch an der Preisschau bedrehen. Und diese Debatte darum hat mich so ein bisschen an einen Tankrabatt erinnert, den wir im Sommer 2022 hatten, wo wir drei Milliarden dafür ausgegeben haben, dass eine Benzinsäule ein bisschen günstiger wird. Und da war ein Riesenaufschrei, wie klimaschädlich das denn sei und, und, und. Und ich glaube, es ist wichtig, in diesen kleinen Maßnahmen eine gewisse Lockerheit zu bewahren. Auch um ein bisschen nicht in Erbsenzählerei zu verfallen, zu wissen, alles klar, die Leute können halt, ob der Sprit jetzt 20 Prozent teurer ist oder günstiger, die müssen ihre Strecken beim Auto so oder so fahren, genau wie die Mieter auch im Januar ihre Bude heizen müssen, ob die Mehrwertsteuer jetzt 7 oder 19 Prozent ist. Das heißt, große Lenkungswirkungen gibt es nicht da. Und deswegen dort im Sinne des Verbraucherschutzes agieren, die Geldbeutel der Leute sparen, um dafür Akzeptanz für die großen Maßnahmen zu schaffen. Und die großen Maßnahmen, das heißt natürlich, also vor allem viel Geld ausgeben. Können wir viel Geld ausgeben? Ja, Geld ist wirklich kein Problem. In vielen Fällen könnten wir sogar Geld ausgeben an der Schuldenbremse vorbei. Wenn der Staat wieder Stromnetze beispielsweise in die eigene Hand nehmen würde, um die ausbaut, das geht an der Schuldenbremse vorbei. Wenn der das Eigenkapital bei der Bahn stärkt, damit die Bahninfrastruktur endlich mal ausgebaut werden kann, das geht sogar an der Schuldenbremse vorbei. Schuldenbremse, ich glaube, da müssen wir nicht lange darüber diskutieren, ist in ihrer jetzigen Form unsinnig und hat auch viele Investitionen in der Vergangenheit beschränkt und behindert. Deswegen würde ich auch zum Beispiel nicht sagen, dass die Schuldenbremse eine Inflationsbremse war, eher ein Inflationstreiber, weil sie uns erst abhängig gemacht hat von fossilen Energien, von Putins Öl und Gas. Und deswegen der Preisschock sogar größer war für uns, als er gewesen wäre, wenn wir keine Schuldenbremse gehabt hätten und beispielsweise bei Erneuerbaren, bei Stromnetzen und, und, und schon deutlich weiter gewesen wären und weniger Abhängigkeit von den Fossilen hätten. Deswegen, also, mein Einstiegsplädoyer wäre also, Geld ist kein Problem und Großzügigkeit im Kleinen, um Akzeptanz für die wirklich großen Maßnahmen zu erreichen. Dankeschön. Ja, ich glaube auch, ich höre schon einiges, wo Ulrike unter Umständen widersprechen würde. Ulrike, ich übergebe direkt an dich als zweiten Punkt und als Antwort auf Maurice. Du bist noch gemutet? Ja, tut mir leid, dass ich, ich hatte mich gemutet, damit ihr nicht immer mein ganzes Gehuste da hier hören müsst. Also, ja, also, ich wollte sagen, dass Maurice' Einstieg schon sehr interessant war, auch weil er eben so viele kontroversen Thesen in ganz kurzer Zeit, ich meine, er hat nur fünf Minuten geredet, das ist ja echt eine Meisterleistung. Also, wo Maurice natürlich völlig recht hat, ist, man braucht Mehrheiten, um Klimapolitik zu machen. So, und dann fängt das aber schon an. Ich glaube, dass die Ideen, die Maurice da vorgeschlagen hat, alle nicht funktionieren. Und ich werde einen eigenen Vorschlag machen und aber auch erzählen, wie das im Augenblick völlig falsch läuft. Also, die erste Idee von Maurice war ja, wir brauchen Großzügigkeit im Kleinen. Also, er will beispielsweise die Mehrwertsteuer auf Energie weiter bei sieben Prozent lassen. Dafür bin ich nicht. Und zwar aus mehreren Gründen. Das eine ist, ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, den Deutschen zu signalisieren, dass man Klimaschutz umsonst haben kann. Das wird ein sehr, sehr teures Projekt. Und im Augenblick wird aber immer so getan, als könnte man Energie verramschen. Oder als wäre, darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet, als wäre auch der öffentliche Nahverkehr praktisch kostenlos und würde gar nichts kosten, den überhaupt herzustellen. Erst 9-Euro-Ticket, dann 49-Euro-Ticket. Aus meiner Sicht alles falsch. Also, Klimaschutz kostet Geld. Und das müssen die Leute auch wahrnehmen, sonst wird das nichts. Jetzt wird Maurice sagen, ja, aber was ist denn mit den Leuten, die wirklich arm sind? Da wäre ich ja dafür, die gezielt zu entlasten. Aber ich bin nicht für die Gießkanne. Weil die Gießkanne ist zu teuer. Der Tankrabatt war eine Gießkanne. Die hat jeder bekommen, um es jetzt etwas polemisch zuzuspitzen. Auch der Porsche-Facher. Heizungsgesetz. Jetzt wird jeder subventioniert, auch um es wieder polemisch zuzuspitzen. Auch der Willenbesitzer. Oder was wir jetzt noch nicht hatten, aber auch jetzt neuerdings, in der jetzigen Form, in genau dieses Konzept passt. Industriestrom kriegt jetzt jeder Betrieb. Egal, ob er es braucht oder nicht. Und das macht diese ganzen Ausgleichsmaßnahmen wahnsinnig teuer. Und gleichzeitig wird damit gar nicht gelenkt, sondern es ist völlig ineffektiv. Und das Einzige, was die Leute mitnehmen als Eindruck ist, ich habe hier Anspruch darauf, dass hier alles ganz billig ist. Obwohl das alles sehr teure Güter sind. So, jetzt ist ja die Frage, zu dem Thema Geld ausbegeben ist kein Problem, komme ich nochmal gesondert. Jetzt ist ja die Frage, wie würde man es richtig machen, um mehrheiten zu gewinnen. Und dafür gibt es ein Konzept, von dem auch immer die Rede ist, nämlich das sogenannte Energiegeld. Dass man also sagt, man macht einen ordentlichen CO2-Preis, es gibt ja auch CO2-Preise, und die werden dann pro Kopf wieder umverteilt, was ja den Effekt hätte, dass die Armen mehr kriegen, als sie überhaupt eingezahlt haben, während die Reichen mehr zahlen müssten, als sie zurückkriegen. Denn das ist ja so, die Armen, schon weil sie gar nicht so viel Geld haben, können so viel Energie dann gar nicht verbrauchen, kriegen ja aber, das Energiegeld würde ja aber pro Kopf verteilt. Das heißt, die Armen kriegen mehr zurück, als sie eigentlich eingezahlt haben. Das würde die Popularität sehr erhöhen, wenn die Leute sehen, ich habe zwar CO2 gezahlt, aber es kommt auch wieder zurück. Diese Idee gibt es auch, aber das läuft jetzt also völlig falsch. Wahrscheinlich haben schon alle vom Klimatransformationsfonds gehört. Da wird ja jetzt auch in dieser Woche ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts ergehen. Jedenfalls, dieser Klimatransformationsfonds funktioniert so, dass da unter anderem, die Zertifikatseinnahmen aus dem europäischen CO2-Handel reingehen und auch die CO2-Preise, die Deutschland einnimmt, alles in den Klimatransformationsfonds. Und dann ist eigentlich die Idee gewesen, dass man daraus das Energiegeld bezahlt. So kommt es aber jetzt nicht, sondern stattdessen wird die Renovierung der Bahn, die Subventionierung der Wärmepumpen, demnächst anscheinend auch noch der Industriestrom, das wird jetzt alles daraus bezahlt. Das hat aber dann die verheerende Wirkung, ich nehme das jetzt nur mal am Beispiel der Wärmepumpen, dass alle diese CO2-Preise zahlen, auch die Armen, aber subventioniert, jedenfalls erstmal in der ersten Runde, werden die Willenbesitzer mit ihren Wärmepumpen. Und damit wird ein Fehler wiederholt, den es auch schon beim EEG, beim Erneuerbaren Energiengesetz gab. Das war das Gesetz unter Rot-Grün unter Schröder. Eigentlich super, weil man damit die Windräder und die Solarpanele subventioniert und in Gang gesetzt hat. Aber da war es auch so. Alle haben die EEG-Umlage gezahlt, also auch die Armen. Aber die Solarpanele, wo die Förderung so berechnet war, dass man damit auch eine Rendite gemacht hat, das haben sich natürlich nur Leute leisten können, die das Geld hatten und auch das eigene Wohnhaus. Also war es wieder so. Die Armen haben dafür gezahlt, dass die Reichen eine Rendite mit ihrer Solaranlage machen. Dazu gibt es auch Studien über die Verteilungswirkung, die das so hatte vom DIW. Man kann nur sagen, eine Katastrophe. Und dieser Fehler wird jetzt wieder gemacht. Kurz und gut. Zum Thema, wie viel Geld haben wir eigentlich, mache ich eine nächste Runde. Ich rede jetzt schon so lange. Ich bin gegen die Gießkanne, weil davon profitieren dann am Ende immer die Reichen. Man muss sich ja mal fragen, warum die FDP so sehr für die Gießkanne ist. Ich bin dagegen, den Leuten den Eindruck zu erwecken, dass Klimaschutz eigentlich umsonst zu haben ist und die man da Tickets verschleudert an jeden. Auch 9-Euro-Ticket war ja auch nach dem Motto Gießkanne. Nicht für die Armen, sondern für jeden. Sondern ich bin für ein vernünftiges Energiegebend. Ja, so viel ist man. Maurice, möchtest du direkt darauf antworten? Du bist gemutet. Jetzt haben wir beide einmal den Fehler gemacht. Genau. Herzlich willkommen im Internet. Ja, ich wollte gerne darauf antworten. Genau. Und wenn wir es bei dem Thema, das Geld später machen und die Themen nicht zu sehr vermischen, dann ist, glaube ich, auch angenehmer zu folgen. Also, ich würde zum Beispiel sagen, das Problem, Klimaschutz muss was kosten. Ja, verstehe ich. Nur ist es so, wir haben ja eigentlich keine Zeit. Wir müssen so schnell wie möglich den Umstieg schaffen. Und es ist völlig klar, wenn man zum Beispiel Busfahrten, Bahnfahrten, ÖPNV günstiger macht, dann nutzen ihn auch mehr Leute. Am meisten sogar, und das ist in der Betriebswirtschaft völlig klar, den größten Preisanreiz gibt es bei null, wenn man es kostenfrei ist. Wenn man den ÖPNV jetzt also ticket- und kostenfrei machen würde, dann würden also viel mehr Leute den nutzen. Nicht nur, weil es günstig ist. So viel mehr kosten jetzt 9 Euro auch nicht. Das geht schon in viele Budgets rein. Sondern einfach, weil man den Stress beispielsweise nicht hat. Man muss sich vorher nicht um ein Ticket kümmern. Man weiß, ältere Leute gerade, die vielleicht mit, weiß nicht, einer App oder so nicht vernünftig klarkommen oder mit einem Ticketschalter überfordert sind oder Ticketschalter wieder defekt, haben diese Hürde nicht, ja. Das würde man also einsparen. Das wäre teuer. Also teuer im Sinne von, der Staat müsste mehr Geld ausgeben. 15 Milliarden, 20 Milliarden, je nachdem. Nur andersrum würden wir ganz viele reale Ressourcen sparen. Geld ist nicht knapp, reale Ressourcen aber schon. Ja, also wir würden die ganze Ticket-Infrastruktur sparen. Die ganzen Software-Ingenieure dahinter, die das aufstellen, reparieren müssen. Auch Hardware-Ingenieure. Wir würden keine Kontrolleure mehr brauchen. Die Service-Mitarbeiter müssen den Leuten nicht Auskunft geben, wie sie das Ticket kaufen, sondern könnten sich um anderes kümmern. Dadurch würde die Nachfrage außerdem steigen. Und was hätten wir? Wir würden mehr Leute, die den ÖPNV nutzen und gleichzeitig Leute freigesetzt, die entweder für besseren Service sorgen oder eben umschulen auf beispielsweise Busfahrer oder Service-Mitarbeiter in den Bussen, in den Zügen, um da die Qualität zu erhöhen. Also man kann also auch mit teuer im Sinne von Geld ausgeben, viele Ressourcen freisetzen, die man dann nutzen kann dafür. Ressourcen sind ja knapp. Und einfach vor dem Hintergrund, dass wir schnell den Umbau brauchen, können wir uns, glaube ich, Erbsenzähler-Mentalität nicht leisten. Ja, selbst bei Tankrabatt 3 Milliarden. Ja, stimmt. Der Porsche-Fahrer hat auch 20 Euro gespart, als er den Rüssel in seinen Porsche Cayenne gehalten hat. Und die Kassiererin mit ihrer Corsa-Möhre vielleicht nur 10 Euro, weil die weniger verbraucht und weniger tankt und vielleicht auch ein bisschen weniger fährt. Das stimmt. Aber für die Vermögensverteilung, für die Einkommensverteilung, für die Ungleichheitsmaßstäbe macht das kaum einen Unterschied. Und das ging schnell, das ging pragmatisch, das hat dort entlastet, wo die Belastung entstanden ist. Nämlich direkt an der Zapfsäule und hat den Leuten signalisiert, wir schützen euch Verbraucher. Und ich glaube, das ist viel, viel populärer, als alles teuer werden zu lassen und dann hintenrum hinzugehen und zu sagen, hier gibt es ein Klimageld oder ein Energiegeld als Almose. Was stimmt, und das ist ökonomisch nicht bestreitbar, direkte Hilfen, Direktzahlungen oder solche Pro-Kopf-Sachen sind immer verteilungsmäßig besser als beispielsweise so eine Steuersenkung. Also natürlich ist es besser, wenn man die 3 Milliarden direkt an die ärmere Hälfte der Bevölkerung gibt, als sie über eine Steuersenkung an der Zapfsäule zu reduzieren. Das stimmt. Nur, heißt das auch, dass es politisch populärer ist? Heißt das auch, dass es unbürokratischer ist oder schneller geht? Da wiederum würde ich sagen, nicht unbedingt und das ist aber schon, sind schon Kriterien, die wir trotzdem da anlegen müssen. Ansonsten würde ich noch sagen, wenn Klimaschutz ja ein öffentliches Gut ist, da haben wir ein öffentliches Interesse dran, Firmen immer mehr auch ein privates, aber vor allem ein öffentliches, dann haben wir ganz viele öffentliche Güter oder ganz viele Teile in der öffentlichen Daseinsvorsorge, die wir nicht bepreisen. Die Polizei anzurufen beispielsweise erfordert keine Kosten. Da muss man nicht vorher seine Kreditkartennummer geben. Und auch so Infrastruktur zu nutzen, ist sehr häufig kostenlos. Also sollten wir gerade die öffentliche Infrastruktur, die dafür sorgt, dass die Leute sich einfacher klimafreundlich verhalten können, so günstig wie möglich machen, in Klammern im besten Fall kostenlos, um da maximale Anreizwirkung zu haben. Und ein letzter Satz noch dazu, dass jetzt, braucht es jetzt 12% Mehrwertsteuererhöhung, um den Leuten zu signalisieren, dass Klimaschutz irgendwie Geld kostet und dass Fossile teuer sind. Ehrlicherweise machen diese 12%, den Braten ja nicht mehr fett. Denn Neukunden zahlen beim Gas heute schon 50% mehr als 21. Bestandskunden zahlen ungefähr 12 Cent die Kilowattstunde, also doppelt so viel wie vor der Krise. Beim Tankrabart war es so, da hatten wir einen Spritpreis von über 2 Euro, 2020, 2030, den wir dann reduziert haben. Das war mehr als Fridays for Future im Bundestagswahlkampf 21 mit der Forderung 180 Euro CO2-Preis bewirkt hätte. Also diese Preisforderungen derer, die Klimaschutz über den Preis regeln wollen, sind längst übererfüllt. Die Krise hat die Sachen längst teurer gemacht, als man sich 21 zu fordern getraut hätte. Und vor dem Hintergrund, dass es eh schon teuer ist und eben die Lenkungswirkung begrenzt ist, würde ich sagen, man macht die Sache schlimmer, wenn man dann auch noch sagt, nee, jetzt brauchen wir aber auch noch 2 Milliarden für den Haushalt und deswegen können wir die Steuer jetzt irgendwie nicht verlängern und müssen sie früher auslaufen lassen. Riege, du hast direkt mehrmals den Kopf geschüttelt. Möchtest du direkt? Auch in den letzten Metern hat Maurice den Bogen gekriegt. Also zwischendurch klang das ja so, als würde alles, was populär ist, auch automatisch den Klimaschutz befördern. Das ist ja nicht so. Wo du recht hast, ist, die Preise sind, also zumindest bei Gas, nicht unbedingt beim Benzin, sind immer noch höher, als sie das vor der Ukraine-Krise waren. Ich fände es ja sinnvoll, wenn die Leute sparen würden, weil das zeigt ja ein strukturelles Problem. Es gibt zu wenig Gas, das nicht aus Russland kommt. Also muss man tatsächlich beim Gas sparen, wenn man nicht von Russland abhängig sein will. Ich weiß jetzt nicht, ob das sehr sinnvoll ist, die Leute da zu animieren, doch viel Gas zu benutzen. Und das wollte ich noch sagen, du hast gesagt, die Verbraucher könnten an ihrer Gasrechnung überhaupt nichts machen. Das ist empirisch falsch. Und zwar gibt es ja die Untersuchung von Techem, das ist ja die Ablesefirma, die geht ja zu identischen Wohnungen, die identisch liegen. Und da ist der Heizverbrauch bis zum Faktor 4 unterschiedlich. Also das darf man nicht unterschätzen, dass es da doch viele Leute gibt, die nicht wissen, dass Fenster auch geschlossen sein können. Und solange es eine derartige, nee, aber solange es diese enorme Differenz gibt, Faktor 4 ist nicht etwas, was man jetzt irgendwie wegdefinieren kann, glaube ich schon, dass man gucken sollte, dass man diese Gasersparnis auch ernst nimmt. Also ich würde ja sagen, ich bin eigentlich gar kein großer Fan von Preissignalen, aber im Falle von Gas ist es tatsächlich so, dass wir wegkommen müssen vom russischen Gas und das Flüssiggas ist eben extrem teuer und da kann man nicht so tun, als wäre das billig. Und man hat auch enorme Umweltschäden, also davon muss man wegkommen. Das ist jetzt mal die traurige Wahrheit. Gut, aber da müssen wir uns ja nicht einigen. Dann nochmal zum ÖPNV, das da am besten gar nichts kostet. Ich glaube, da sind wir wieder völlig unterschiedlicher Meinung. Ich glaube nicht, dass das Ziel ist, dass möglichst viele Leute in Deutschland möglichst viel ÖPNV fahren. Das wäre ja der Wahnsinn. Ziel muss sein, dass jeder irgendwie an sein Ziel kommt, aber nicht, dass alle permanent rumgurken, wie, also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, wie die besenken Säue. Da konnte man aber zumindest in Berlin die erstaunlichsten Sachen erleben, aber ich glaube, auf der reinen Schiene war das auch ähnlich. Also da war es dann so, dass die Leute aus Leipzig für neun Euro an die Ostsee gefahren sind. Und die sind ja schon in Leipzig eingestiegen mit dem Ergebnis, dass alle anderen auf dem gesamten Weg von Leipzig bis zur Ostsee leider nicht mehr in die Züge gekommen sind. Auch nicht die Leute, die unterwegs da einsteigen müssen, weil sie da wohnen und sowieso nur alle zwei Stunden ein Zug vorbeikommt. Und es können auch nicht mehr Züge fahren, weil wenn das alles nur neun Euro kostet, dann hat die Bahn ja gar nicht die Möglichkeit, mehr Lokführer einzustellen oder mehr Bahnen laufen zu lassen. Und dass das eben doch Geld kostet, sieht man ja daran, dass jetzt die ganze Zeit der Streit tobte, wer jetzt eigentlich das 49-Euro-Ticket zahlt. Das sind reale Kosten, die verschwinden nicht einfach. Sondern Länder und Bolten müssen das irgendwie stemmen. Und natürlich war der Effekt vor allen Dingen, dass jetzt Leute 49 zahlen, die vorher, sagen wir mal, eine Abonnement von 80 hatten. Ja, hier. Und ich würde mal sagen, Tillmann kann sich das leisten, auch 80 Euro zu zahlen. Warum muss jetzt also Tillmann mit 30 Euro subventioniert werden? Nur damit er wieder zur Arbeit fährt. Und man hat halt gesehen, da gibt es ja auch Untersuchungen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dass die Leute, die mit dem Auto zur Arbeitsstelle fahren, die sind nicht umgestiegen, auch als das Ganze nur 9 Euro kostete. Sondern die sind in ihrer Freizeit mit dem 9-Euro-Ticket gefahren. Also da sind dann genau diese Nummern passiert, dass man eben an die Ostsee gefahren ist, wenn man in Leipzig saß, weil man vorne an der Schlange dran war und als erstes dann in den Zug einsteigen konnte. Alle anderen sind dann nicht mehr an die Ostsee gefahren, weil es ja leider zu voll war. So und ich, das alles finde ich, also so zu tun, dass Sachen nichts kosten, aber ich wiederhole mich, ist aus meiner Sicht kontraproduktiv. Und wie gesagt, der ÖPNV wurde dann vor allen Dingen für die Freizeit genutzt und ansonsten war es für die billiger, die sowieso im ÖPNV fahren. Und beides ist sinnlos. Was genau meinst du mit Kosten? Weil, also sind das jetzt reale Kosten im Sinne von, wir müssen viele Busfahrer eben oder viele Leute als Busfahrer einstellen, damit wir die ganzen Leute bewegt bekommen? Ja, und da würde ich sagen, dass, sorry, ja. Ja, nee, du brauchst die Busfahrer, du brauchst die Energie, also die Busse fahren ja nicht umsonst, du musst Busse kaufen, du musst Busse warten. Das ÖPNV ist ein teures Produkt. So, und deswegen muss man dafür auch Geld ausgeben. Ich glaube, der Fehler, den viele Leute machen, wirklich ist, wenn etwas vom Staat kommt, dann muss das umsonst sein, weil es kommt doch vom Staat, so als würde, aber das ist, glaube ich, ja eine Debatte, die wir jetzt gleich noch haben werden, als würde das Geld beim Staat irgendwie vom Himmel fallen. Nein, ob der Staat eine Dienstleistung zur Verfügung stellt oder ein Privater, hat natürlich viele Unterschiede, aber eins ist identisch, das kostet trotzdem Geld. Also ein staatliches Krankenhaus kostet auch sehr viel Geld, auch wenn es staatlich ist. Das kostet genauso viel Geld, mehr oder minder, wie ein privates Krankenhaus. Der einzige Unterschied ist, dass der private Anbieter dann auch Gewinne machen will, aber das ist auch wirklich der einzige Unterschied, das ist alles sehr teuer. Wenn die Leute immer das Gefühl haben, ach, ist doch der Staat, das muss jetzt umsonst sein, also das ist ja verheerend. Ja, aber es ist ja nicht so, dass öffentliche Daseinsvorsorge sich rechnen muss. Sie muss nicht mal kostendeckend sein, also profitabel schon gar nicht. Da kommen wir jetzt mal hin, ja genau. Jetzt kommen wir mal zu deiner Geldtheorie, genau. Ja, aber sicher biegen wir da ein. Ich würde gerne, bevor wir zur Geldtheorie kommen, noch einmal ganz gut bei der ÖPNV machen. Eine Sache wollte ich noch zur Mobilität, eine Sache zur Mobilität können wir gerne, und zwar wäre jetzt auch einfach nochmal als Nachfrage, die Leute sollen ja weniger fliegen, weil das ist natürlich umweltschädlich, aber wäre es nicht ein Anreiz, damit die Leute weniger fliegen, denen wenigstens mehr Mobilität innerhalb von Deutschland zu ermöglichen, von Berlin, meinetwegen oben an die Nordsee oder an die Ostsee, und das auch günstiger, und ja auch Studis, die sich dann freuen, dass sie das für 9 Euro machen können, ist das nicht wenigstens ein Anreiz, dafür die Leute eher die kurzen Strecken reisen zu lassen, als die langen, und ist das nicht Teil dessen, dass man sagt, ein ökologischer Umbau kann auch mit Vorteilen einhergehen, weil klimafreundliches Leben deutlich günstiger wird, als klimaschädliches Leben? Also wenn du jetzt nur sagst, das ist ja, vielleicht meinst du es etwas anders, aber wenn man jetzt erstmal den Klassiker nimmt, also so wie sich die Grünen das auch vorstellen, und so, oder auch die FDP, es tut mir echt leid, aber ich bin ja echt völlig neben der Spur, ja, ja, jedenfalls, wenn die sich, die stellen sich das ja so vor, dass man Anreize schafft, also es ist irgendwas billig, und dann denkt man, die Leute steigen um, oder das ist die Alternative, weil das führe ich jetzt mal ein in die Diskussion, weil es dazu eben sehr gute und sehr viel Forschungsliteratur gibt, man bietet ihnen etwas an, was genauso schnell ist, und genauso bequem. Und das ist beispielsweise die ICE-Schnellstrecke München-Berlin. Da war ja die Idee, wenn es so eine Schnellstrecke gibt, die nur vier Stunden braucht zwischen Berlin und München, dann fliegen weniger Leute, und gleichzeitig war die Idee, es steigen auch weniger Leute ins Auto auf dieser Strecke, fahren dann auch nicht mehr auf der Autobahn, sondern im Zug. Und was hat sich herausgestellt? Tatsächlich gab es die Hälfte der Fahrten auf dieser neuen Strecke kamen dazu durchzustanden, dass Leute ihr Auto haben stehen lassen, oder schon nicht mehr geflogen sind. Die andere Hälfte wurde dadurch verursacht, dass Leute, die bisher wenig oder gar nicht gefahren sind, auf der Strecke, plötzlich diese Strecke für sich entdeckt haben. Also da gab es alles. Leute, die gependelt sind, jetzt nach München, nach dem Motto, ist ja nicht mehr ganz so weit. Der eine wohnt in Berlin, der andere in München. Man pendelt dann zum Wochenende. Oder Leute, die ganz selten nach München gefahren sind, fahren jetzt häufiger, geht ja schneller. Und vor allen Dingen, also die Hälfte war neuer Verkehr, durch das schöne Angebot. Gleichzeitig hat man gesehen, dass dadurch, dass jetzt weniger Flüge unterwegs waren zwischen Berlin und München, wurden ja Flugslots auf dem Münchner Flughafen frei. So, und dann wurden diese Slots neu genutzt. Also für, keine Ahnung, was dann war, aber jedenfalls Flüge nach Bali oder keine Ahnung, die konnten da ja jetzt landen, weil die aus Berlin nicht mehr stört. Und das Ergebnis ist, ganz einfach, es ist zu mehr Verkehr gekommen, weil es mehr Angebot gab, nicht zu weniger Verkehr. Und das ist etwas, was Verkehrsforscher durch die Bank, egal worum es geht, feststellen können. Das heißt, wenn man zum Beispiel Stau hat und dann braucht man eine dritte Autobahnspur, dann ist das Ergebnis nur, dass man bald wieder Stau hat, weil nämlich die Tatsache, dass es eine dritte Spur gibt, Leute verleitet auch erstmal dazu fahren. Das heißt, der einzige Weg, Verkehr zu reduzieren, ist das Angebot zu reduzieren, damit die Leute denken, oh, das ist ja alles so anstrengend, ich bleibe mal lieber zu Hause. So, das heißt, was ich halt sagen will, ist das zynisch? Nee, das ist ja die Forschung, die kann man jetzt nicht ignorieren, das wird dir jeder Verkehrsforscher sagen, dass das so ist. So, jetzt kannst du natürlich sagen, und das ist ja dein Ausgangspunkt, und da muss ich auch zugeben, habe ich keine Lösung. Du sagst natürlich, jetzt hier den Deutschen zu erzählen, weißt du, wisst ihr was, wir brauchen hier weniger Autobahnen, auch weniger Bahn, nicht mehr Bahn, oder genauso viele wie bisher, ist wahnsinnig unproblemär. Wir sind aber eine Demokratie, und das kommt da aber nie durch. Da hast du völlig recht. Nur, wenn man deine Vorschläge umsetzt, egal um welche es sich davon handelt, macht man eben keinen Klimaschutz, man macht was, was populär ist, das ist aber nicht das Gleiche. So, und wie man aus dieser Falle rauskommt, dass man etwas Populäres macht, was gleichzeitig Klimaschutz ist, im echten Sinne, das weiß ich auch nicht. Ich würde hier ganz kurz gerne mal einhaken, darf ich bitte? Weil sowohl der Chat, ich mach mich ja jetzt mal wieder stumm, damit ich... Der Chat hat da auch schon Fragen gehabt, und witzigerweise hatten wir diese Diskussion auch das letzte Mal, als wir über die Gießkarne mit Ulrike und Ole Nymond diskutiert hatten schon, und ich weiß, dass Maurice hat nämlich damals auch schon zugeguckt und hat kommentiert. I remember that. Und zwar, ich finde tatsächlich, also weil auch Ulrike ja gerade angesprochen hat, ich hätte mir auch ein 80-Euro-Monats-Ticket jetzt mittlerweile leisten können. Ich habe aber auch eine lange Zeit zwischen 1200 und 1600 Euro netto gelebt, und da wäre natürlich ein 49-Euro-Ticket ein absolutes Träumchen und Entlastung gewesen, gerade für die Rhein-Main-Region. Wir sind hier zwischen den dritt- und siebteuersten Städten Deutschlands, Mainz, Wiesbaden, Frankfurt. Und das stimmt natürlich beides. Man hat früher für Mainzer Verkehrsbetriebe für das 9-Uhr-Ticket, also dass man nach 9 Uhr fahren darf, damit man die Pendler nicht stört, das war halt die exakte Idee, 65 Euro im Monat gezahlt, das war dann auch das soziale Ausgleichsticket, so mehr oder minder. Und das kann sich niemand unter 800 Euro oder unter 1200 Euro netto gut leisten. Gleichzeitig hätte ich natürlich mit, sobald ich 1,5, 1,6 verdient habe, ist natürlich diese Differenz von, sagen wir mal, 40, 50 Euro im Monat, die ich spare, 600 Euro, die ich woanders in Urlaub ausgebe. Und machen wir uns nichts vor, werde ich trotzdem ballern. Also unter den aktuellen Sachen. Und hier auch aus dem Chat die Frage, warum man nicht ÖPNV-Sachen zum einen entlastet und dann aber über Steuern und Abgaben regelt, also als auch Kompromissvorschlag. Also zum Beispiel auch ähnlich wie eine betriebliche Altersvorsorge, dass wir sagen, sie kriegen halt x Euro weniger vom Netto. Weiß ich nicht, machen wir zwei Prozent. Ich glaube, 1800 Netto ist immer noch der Median, oder? Warte, ganz gut, genau. Aber 1800, das wären 36 Euro im Monat und für Leute unter 1000 Euro subventioniert man das halt gegen. Aber zumindest für den Nahverkehr. Wäre das eine Option? Aber ich höre schon, Maurice, atmet es schwer, dass sie da nicht sein? Nein, nein, ich finde, also es ist wirklich verheerend, wäre das, weil guck mal an, wir bezahlen eine Gebühr, damit es öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Und wie unpopulär ist bitte diese Gebühr? Wenn man jetzt noch eine Gebühr für den ÖPNV einführt, dann würden alle gucken, ich zahle dafür jeden Monat, nutze ihn aber vielleicht nicht oder will den gar nicht nutzen und guck mal, was für eine scheiß Qualität das ist. Und dann dahinter steckt der Staat. Der Staat also als Larmträge, teuer, übergriffig, der mir Geld für was abnimmt, was ich nicht nutzen will. Also wenn man das machen würde, wäre das die beste Möglichkeit, um ÖPNV unpopulär zu machen. Nein, nein, nein. Also die Leute zahlen ja schon Steuern, die Leute zahlen auch schon Abgaben. Und die machen das auch schon, damit es eine öffentliche Daseinsvorsorge gibt. Und ÖPNV ist schon Teil von öffentlicher Daseinsvorsorge. Ich würde nur sagen, wir müssen sie günstiger oder kostenfrei machen, damit das eben attraktiv ist. Und ja, ein 9-Euro-Ticket für drei Monate, Ulrike, bringt Leute nicht dazu, vom Auto auf den ÖPNV umzusteigen. Das ist aber ja völlig klar. Da müssen wir ja in längeren Fristen denken. Die haben ihr Auto gekauft, die haben ihr Auto geleased. Das muss bewegt werden. Wenn man ein Auto stehen lässt, geht es kaputt. Dann gibt es mehr Reparaturkosten. Also natürlich kann man mit drei Monaten Schaufenster 9-Euro-Ticket, die Leute nicht vom Auto wegbewegen. Erst recht nicht in Regionen, die nicht Metropolen sind. Die Debatte hatten wir auch schon mal, dass selbst München-Gladbach, da stammten fast 300.000 Menschen, wenn ich da heute meinen Alltag mit ÖPNV bewältigen will, heißt einkaufen, vielleicht Freunde besuchen, wenn ich schon ein Kind hätte, ja, das Kind irgendwo hinbringen, dann müsste ich mit dem ÖPNV im Vergleich zum Auto jeden Tag allein drei Stunden mehr Logistik einplanen. Das ist einfach nicht praktikabel. Da sind die Leute auf das Auto angewiesen. Da muss man erst das Angebot ausweiten, bevor man das Auto teuer machen kann. Dann gibt es auch eine Lenkungswirkung. Wenn man den Sprit nur teurer macht, aber ÖPNV weitermäßig ausgebaut ist, dann gibt es diese Lenkungswirkung nicht. Dann ist das kein Klimaschutz, dann ist das nur ein Verarmungsprogramm. Und ich plädiere quasi für das Gegenteil. Jetzt habe ich jetzt mal zwei Fragen. Frage eins ist, wie soll man denn den ÖPNV finanzieren, wenn gar kein Geld reinkommt, weil die Leistung praktisch verschenkt wird? Also du sagst, man muss in Mönchengladbach das Angebot ausdehnen. Ohne Mönchengladbach zu kennen, glaube ich das sofort, weil ich in NRW auch schon die erstaunlichsten Erfahrungen gemacht habe. Also mir ist das auch ein echtes Rätsel, wie es ein Bundesland schafft, derartig katastrophalen Nahverkehr zu haben. Aber ja, ist mir echt ein Rätsel. Das ist in Brandenburg viel besser. Keine Ahnung, wieso das in NRW nicht funktioniert. Aber der Ausbau wird auf jeden Fall Geld kosten. Dieses Geld kommt aber nicht rein, wenn du das gleichzeitig mit neun Euro versemmeln willst, sozusagen das Angebot. Verscherbeln. So, da beißt sich die Katze ja irgendwie den Schwanz. Beziehungsweise wir kommen dann auf deine Grundthese, dass Geld sowieso im Überfluss vorhanden ist. Diese These teile ich nicht, deswegen sehe ich da einen Widerspruch. Aber dann habe ich jetzt noch eine zweite Frage. Die ist jetzt rein neugiermäßig. Wie gesagt, ich kann zu Mönchengladbach absolut gar nichts beisteuern, weil ich da, glaube ich, in meinem ganzen Leben einmal war. Aber es gibt ja jetzt die Revolution des E-Bikes. Also diese Revolution muss man ja ernst nehmen. Also wäre das für Mönchengladbach eine Option zu sagen, okay, das wird hier sowieso nie was mit dem Ausbau des Nahverkehrs, weswegen auch immer. Wir bauen jetzt hier Radwege, auf denen die Leute mit ihrem E-Bike rumfahren können und fertig. Und das können sie zu Hause laden und das können sie im Alltag benutzen. Und das Problem ist eigentlich gelöst. So, was würdest du dazu sagen? Also vielleicht muss man wirklich neu nachdenken über das Thema ÖPNV für alle, die gesund sind. Also wenn man jetzt natürlich auf Krücken geht, dann kann man, für solche Leute muss man jetzt mal natürlich andere Lösungen finden. Aber die Mehrheit der Bevölkerung, auch über 70, ist ja gesund. Und könnte E-Bike fahren. Also zu der ersten Finanzierung, das würde, wenn man das kostenfrei machen wollte, bei aktueller Auslastung wären es so 20 Milliarden, wenn man dann natürlich mehr Auslastung erwartet, weil höhere Nachfrage, mehr Menschen fahren. 20 Milliarden nur in Mönchengladbach oder wo es bezieht? Ja, nein, jetzt bundesweit, bundesweit natürlich, bundesweit. Aber also abgeleitet von dem, was wir für das 9-Euro-Ticket gezahlt haben damals. Wenn man es dann kostenfrei macht und auf ein Jahr hochrechnet, kommt man so auf 20 Milliarden. Wenn man dann noch eben mehr Infrastruktur anschaffen will, mehr Busse, mehr S-Bahnen und so weiter, ja, dann kommt da erstmal einmalig was drauf, an laufenden Kosten auch. Dann sind es vielleicht 25 oder 30 Milliarden, je nachdem. Aber gleichzeitig spart man eben, würde ich sagen, auf der anderen Seite wieder viele Ressourcen, weil da Leute nicht mehr eben den Ticketschalter managen müssen und nicht mehr Tickets kontrollieren und überhaupt Busfahrer einen Job, wo man schnell Leute drauf ausbilden kann. Aber Maurice, 30 Milliarden im Jahr, das ist ja praktisch fast ein Prozent unserer Wirtschaftsleistung. Du wirst doch jetzt nicht behaupten, dass ein Prozent der Bevölkerung in der Verwaltung des öffentlichen Nahverkehrs arbeiten. Also so Leute wie Busfahrer, Reparatur, Das muss ich nicht rechnen. Fahrpläne und so weiter, die braucht man ja weiter. Also und nur die Ticketschalter, dafür gibt Deutschland nicht 30 Milliarden aus, damit irgendjemand den Tickets, das ist ja auch schon alles automatisiert. Das ist ja genau das, was sich auch über IT und demnächst künstliche Intelligenz alles von selbst regelt. Das heißt, ich verstehe gar nicht, wie du da auf irgendwelche Ersparnisse kommst, sondern ich glaube, seriös wäre zu sagen, das kostet 30 Milliarden zusätzlich. Ja, also meine Ersparnisse sind nicht finanzieller Natur im Sinne von, wir kriegen 30 Milliarden durch die weniger Ticketinfrastruktur und Softwareingenieure, die wir anstellen müssen, wieder rein. Nein, natürlich ist das nicht. In Euro und Cent steht da ein Minus. Völlig klar. So wie für andere öffentliche Infrastruktur auch ein Minus steht. Wir leisten uns ein Minus für Feuerwehr, wir leisten uns ein Minus für Polizei, wir leisten uns Minus in ganz vielen anderen Bereichen. Also das ist dann einfach Teil der öffentlichen Infrastruktur. Und zu der zweiten Frage, E-Bikes. Ja, E-Scooter beispielsweise setzen sich dort schon durch. Noch besser wäre wahrscheinlich, vor allem für regnerische Tage und kalte Tage und Wintermonate, dann dieses Prinzip, was in Berlin wunderbar funktioniert, Miles, Leihautos, mit der App einfach ein Auto dann finden. Das sind sehr häufig zudem E-Autos. Wenn die zentral angeschafft werden, sind die auch günstiger. Da lassen sich Skaleneffekte erreichen, sodass zumindest weniger Autos rumstehen und man dann für den ÖPNV mehr Platz hat, für die Fahrräder mehr Platz hat, für die E-Scooter mehr Platz hat, das wäre sicherlich eine Idee. Nur funktionieren solche Modelle ja auch nur profitabel, in Berlin beispielsweise, weil viele Leute auf wenig Fläche wohnen, weil die Häuser alle fünf- und sechsstöckig sind. Da, wo du das nicht hast, ist das schon wieder eine Frage. Wie viele Autos stelle ich da hin, sodass es praktikabel, aber profitabel ist? Denn wenn ich einen Kilometer laufen muss zu einem Auto, dann sagen die Leute schon wieder, ja, nette Idee, aber wenn ich mal schnell wohin muss, nicht alltagstauglich. Und auch deswegen da die Idee, warum gibt es das nicht öffentlich? Ja, also warum gibt es nicht ein öffentliches Angebot für E-Scooter, leihbare E-Bikes und meinetwegen dann solche Carsharing-Modelle? Na komm, jetzt konnte ich mich gerade nicht enthüten. Naja, also ich würde einfach sagen, weil man diese ganze Sache, die du alle umsonst haben willst, allein 30 Milliarden für die Busse und so, wer soll denn das finanzieren? Also das kann sich der Staat gar nicht leisten. So, aber damit kommen wir vielleicht zu dieser Geldtheorie noch. Die Zeit rast ja voran. Genau, deswegen wäre jetzt meine Frage, ganz kurz, zumindest ÖPNV und moderne Mobilitätssachen werfe ich noch ganz kurz ein. Wir haben dazu mal mit Lea Heidbreder und Heiner Monheim, dem Mobilitätsforscher, gesprochen. findet man hier auch auf YouTube Lea Heidbreder von den Grünen für Rheinland-Pfalz zur Mobilität und zum Mobilitätsausbau zuständig. Ja, möchtet ihr gerne lieber zur Infrastruktur kommen oder wollen wir noch bei dem, was am Anfang noch politische Probleme war, erst kommen? Aber ich glaube, wir machen erst mal Geldtheorie. Ich glaube, der Chat wünscht sich das wahrscheinlich auch. Maurice, möchtest du einmal ganz kurz, in, sagen wir mal, drei, vier Minuten, kurz erklären, mit welcher Geldtheorie du der Meinung bist, dass das alles finanzierbar ist und dann kann Ulrike da nämlich hingegen ja, also politisch ist alles, also es ist alles finanzierbar, was wir politisch wollen und wo es die realen Ressourcen für gibt. Wenn wir Straßen bauen wollen, dann ist es kein Problem für den Staat, das neue Geld dafür zu erzeugen und auszugeben. Die Frage ist, gibt es genug Straßenbauer mit freien Kapazitäten? Wenn es sie nicht gibt und der Staat gibt trotzdem ganz viel Geld rein, dann kann es sein, dass man eben diese Branche überhitzt und dann gibt es Inflation. Das ist erstmal blöd, hätte aber danach zumindest den Vorteil, dass natürlich, wir haben eine Marktwirtschaft, sich ganz viele andere, Handwerker, Ingenieure und so weiter denken, ey, da gibt es gerade mega viel Geld zu verdienen, wenn man Straßen baut. Wir könnten das gleiche Beispiel mit Bahninfrastruktur, Stromnetzen, was auch immer machen. Lass uns doch mal darauf konzentrieren, dann gründen sich dann neue Firmen, dann machen da Leute eine Ausbildung, weil da viel Geld zu verdienen ist und dann gibt es plötzlich mehr Kapazitäten und dann kann man auch mehr davon umsetzen. Also, das ist also die wirkliche Frage, wie nutzen wir unsere Arbeitskraft, unsere Materialien bestmöglich und natürlich ist da die Frage, wenn man mehr Staat will, beispielsweise um ÖPNV-Kosten frei zu machen, um solche Carsharing-Modelle staatlich anzubieten und gleichzeitig noch 100 Milliarden in Energieinfrastruktur zu investieren oder in energetische Gebäudesanierung, da ist viel zu tun, dann ist die Frage, müssen wir irgendwo in der Privatwirtschaft vielleicht was einsparen, im Sinne von, müssen wir Leute, die gerade für private Zwecke arbeiten, nicht für diese öffentlichen höheren Ziele arbeiten lassen und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Diskussion und das ist eigentlich auch eine Lehre aus Kriegswirtschaft, ein Vergleich, den Ulrike ja auch in ihrem Buch zieht, nur anders kommt sie auf die Idee, leitet das ein bisschen anders her, denn in der Kriegswirtschaft, da muss man plötzlich ganz viele Ressourcen dafür mobilisieren, um Waffen und Rüstungsgüter zu produzieren. Was macht man? Der Staat lockt das an, zahlt Subventionen, bietet ein sicheres Geschäftsmodell für alle Firmen, die dann dort eben was produzieren, einfach weil das Priorität hat. Der Vorteil bei, sagen wir mal, Gebäudesanierungen, Energieinfrastruktur und so und wäre, das ist ein Geschäftsmodell für Jahrzehnte und nicht ein Geschäftsmodell wie der Krieg, nur für ein paar Jahre, bis irgendein Krieg vorbei ist. Das heißt, die Firmen und die Kapazitäten dahin zu lenken, indem man dort viel Geld ausgibt, indem man sagt, hier gibt es fette Gewinne zu machen, funktioniert viel besser. Und also die Geldtheorie dahinter ist, nein, ein Staat finanziert sich nicht nur über seine Steuern, ja, ist nicht nur, da gibt es einen Steuersäckel, da kommt Geld rein und dann gibt er das wieder aus. Das ist auch unlogisch. Jeder, der mal Monopoly gespielt hat, weiß, die Monopoly-Bank schöpft erst das Monopoly-Geld und gibt es aus, bevor sie es von den Brettspielern wieder einzieht. Kein Monopoly-Spieler würde behaupten, dass er die Monopoly-Bank finanziert, das wäre völlig irre. Und genauso ist es auch für den Staat. Staatliche Währung kann der Staat nur über Steuern wieder einziehen, nachdem er sie ausgegeben hat und deswegen kann er alles finanzieren. Die Frage ist immer, was sind die Nebenwirkungen? Gibt es Inflationsgefahren? Was macht das mit der Privatwirtschaft? Gibt es die Kapazitäten? Darüber lohnt es sich zu diskutieren. Aber wenn wir heute jetzt 100 Milliarden für die Bundeswehr ausgeben und dann haben wir 100 Milliarden für die Bundeswehr ausgegeben. Da gab es keine Debatte darüber, wer das erwirtschaften soll, wo das herkommt und gleichen Enthusiasmus wünsche ich mir eine Debatte für den ökologischen Umbau. Dankeschön. Ulrike, warum ist es deiner Meinung nach diese Geldtheorie falsch? Du bist doch stumm. Ihr Klassiker. aus meiner Sicht ist die Geldtheorie von Maurice richtig, aber nur für die Vergangenheit, nicht für die Zukunft. Aus drei Gründen, dazu komme ich gleich, wechseln wir in ein völlig neues Betracht. Aus drei Gründen dazu komme ich gleich noch, wechseln wir in ein völlig neues Wirtschaftsregime und werden in das alte, man könnte sagen, keynesianische Wirtschaftsregime auch nie wieder zurückkehren. So und also was Maurice ja selber gesagt hat, auch völlig zu Recht ist, also erstens, der Staat schöpft Geld aus dem Nichts, stimmt, aber es gibt natürlich immer die Frage, gibt es genug Arbeitskräfte? so und diese Frage hat jetzt Maurice nur am Beispiel einer Branche erläutert, nämlich am Beispiel der Straßenbauer. Er hat also ein mikroökonomisches Modell gewählt, um das jetzt mal auf ökonomisch zu sagen. Interessant ist diese Frage aber auf der Ebene der Makroökonomie. Also er sagt, ja man will dann Straßen bauen oder man kann ja auch sagen, man will Bahnstrecken bauen, damit das jetzt irgendwie nach Klimaschutz klingt und dann hat man aber gar nicht genug Mitarbeiter bei der Bahn oder auch nicht bei den Subunternehmern, vieles macht die Bahn ja gar nicht selber, dann gehen da die Preise hoch, man verdient bestens, weil händeringend Leute gesucht werden, dann kommen die eben aus anderen Branchen dahin und dann hat man den Mangel an Arbeitskräften nicht mehr. So, das ist ja genau nicht die Welt, in der wir noch leben, sondern wie ja jetzt wahrscheinlich jeder mitbekommen hat, haben wir einen Fachkräftemangel überall. Es gibt den Ort nicht, wo man Leute noch absaugen kann. Sondern es ist ja einfach so, dass die Babyboomer, dazu gehöre ich selber auch, fangen an, in die Rente zu gehen und es wächst eben längst nicht so viel Jugend nach und die Lücken sind da irre, also das sind so ungefähr 500.000 Leute im Jahr, die da fehlen als erwerbsfähige. Das kann man natürlich zum Teil ausgleichen, das hat ja der Sachverständigenrat jetzt auch nochmal durchgerechnet, durch Migration, durch die Erwerbstätigkeit von Frauen und so weiter. Aber das kann man nicht mehr ausgleichen. Das heißt, dass man, was nicht mehr funktionieren wird, ist, ich als Staat gebe jetzt irgendwie Geld ins System und dann wird das schon sich alles irgendwie sortieren, ganz einfach, weil man tatsächlich damit eine Inflation auslösen wird, die man auch nicht mehr bekämpft kriegt. Also das kann man ja jetzt auch schon sehen. Überall werden jetzt sehr hohe Lohnabschlüsse zumindest verlangt. Ob die dann immer durchgesetzt werden, jetzt im Augenblick wird man sehen, aber das zeigt ja, wo das in Zukunft hingehen wird. So und das heißt, man muss dann als Staat nicht nur irgendwie Geld zur Verfügung stellen, das war sozusagen die frühere Welt, wo es Arbeitslose gab, da hätte man als Staat immer schön investieren können. Das ist eben auch tragisch, auch im Rückblick tragisch, dass als man noch sehr viele Arbeitslose hatte, nämlich 2004, 2005 Millionen Hartz-IV-Empfänger, da hätte der Staat investieren können ohne Ende, aber da hatte dann Hans Eichel leider die Idee, er muss Sparschweine auf seinen Schreibtisch stellen. Da wurden historische Chancen wirklich verpasst, man hätte die Kapazität in Deutschland wirklich ausbauen können mit den Arbeitslosen, die man hatte. So jetzt sind diese Arbeitslosen aber weitgehend weg, es gibt noch welche und ich bin auch sehr dafür, dass man die ausbildet und so weiter. Aber jedes Jahr werden ja wieder 500.000 in den Ruhestand verschwinden, die nicht ausgeglichen werden. So die Demografie ist also ein Grund, warum die Inflation von selbst sich sozusagen verstetigen wird, denn wenn man knappe Arbeitskräfte hat, dann sind die Löhne hoch, das wird dann aber wieder zum Teil auf die Preise umgewählt ist. Das wird dann wieder von der EZB, aber das machen wir heute glaube ich nicht, versuche die dann etwas sinnlos zu bekämpfen durch Zinspolitik, aber das kann man ja eigentlich gar nicht bekämpfen, wenn Arbeitskräfte fehlen. Dann ist es eigentlich Schwachsinn, jetzt auch noch die Zinsen hochzusetzen, aber gut, das ist ein anderes Fehlthema. Dann das Zweite, das hatten wir schon und das schlägt aber auch ein, ist eben das Thema Klimakrise. Also wir werden einfach sehr viel in den Klimaschutz investieren müssen. So heute ist noch die, jetzt ist noch die Frage, die ja Maurice völlig richtig aufgeworfen hat, wie kriegt man dafür Mehrheiten? Irgendwann werden die Mehrheiten da sein, weil ich glaube, das machen sich ganz viele Deutsche noch nicht klar, wie katastrophal die Messwerte sind. Also in der realen Welt werden ständig Dinge gemessen, die sind weit jenseits und zwar im Sinne von weit schlimmer als das schlimmste Szenario des Weltklimarates. Also da kann man sehen, das ganze Klimasystem ist bereits völlig aus den Fugen und wir sind direkt auf dem Weg in die Katastrophe und es kann im Ernst gar keiner sagen, was das für Deutschland bedeutet. Nur eins ist ganz klar, es bedeutet nichts Gutes. So und irgendwann wird die letzte Sockel verstehen, dass das jetzt hier aber ernsthaft ums Überleben geht, dann wird es auch die Mehrheiten geben, in Klimaschutz zu investieren. Nur das muss man machen mit einer, das sind enorme Investitionen und zwar auch im Sinne von Ressourcen, da braucht man Arbeitskräfte, ob das die Wärmedämmung, die Wärmepumpen, die Elektrolyseure für den grünen Wasserstoff, die Gaskraftwerke für den grünen Wasserstoff, die Solarpanele, die Windräder, die Batterien und frag mich nicht, da kann man Millionen beschäftigen. So diese Millionen stehen dann aber für andere Aufgaben nicht mehr zur Verfügung und man muss sich ja klar machen, was dahinter steht. Wir mobilisieren und müssen jetzt künftig Millionen von Arbeitskräften mobilisieren, um ein Gut zu erzeugen, das wir bisher umsonst hatten und zwar die Möglichkeit des Menschen oder die Möglichkeit der Deutschen in Deutschland zu überleben. So, das hatten wir bisher, da mussten wir dafür gar kein Geld ausgeben. Es regnete, der Boden war fruchtbar, fertig war die Laube. So, und um überhaupt das noch hinzukriegen, dass wir hier überleben können auf unserer Scholle, dafür wird künftig unendlich viel an Arbeit nötig sein. So, und das heißt, dies aber, da steht dann nicht mehr für was anderes zur Verfügung, das heißt, das erhöht die Knappheit noch, zumal wir ja die demografische Krise haben. Und ein dritter Punkt, da kann man natürlich jetzt sehr unterschiedlich am Einhauen sein, jeder hat da seine eigene Einschätzung, aber das ist natürlich auch eine Nachricht, dass der Landkrieg in Europa zurück ist, der Überfall auf die Ukraine hat diese Friedensdividende, die wir alle munter einkassiert haben, ich auch, erst mal vernichtet. Also aus meiner Sicht muss klar sein, dass wir in der Lage sind, uns gegen Russland zu verteidigen. Das wird jetzt nicht wahnsinnig viel Geld kosten, also das wird auch übertrieben, was das kostet, aber das kostet auch noch Geld. Das ist also ein dritter, oder Ressourcen, im Sinne von Maurice, das hat er ja richtig unterschieden zwischen Geld und Ressourcen, das wird Ressourcen kosten. Dann braucht man dann auch Soldaten, die müssen Jahrzehnte geschult werden an diesen sehr komplexen Geräten, diese Geräte müssen entwickelt werden, die müssen gebaut werden und so weiter und so fort. So, und das heißt, das sind drei wirklich neue Entwicklungen, die es vorher nicht gab, die aber sozusagen den kensianischen Ansatz, wir drucken Geld und dann werden wir schon irgendwie die Arbeitslose mobilisieren oder die kommen dann irgendwie aus Branchen, die wahnsinnig ineffektiv sind, also beispielsweise in den 50er Jahren, als Deutschland so stark gewachsen ist, hat man unter anderem Millionen von Arbeitskräften einfach bei der Landwirtschaft abgezogen. Die war bis dahin verelendet. So, jetzt waren die alle in den Fabriken, gleichzeitig haben wenige Großbauern dann die Felder bewirtschaftet, Flurbereinigung, Einsatz von Maschinen, Kapital fertig, also das will ich gar nicht gut heißen, damit hat man praktisch die gesamte Natur zerstört, aber auf diese Weise hat man früher Arbeitskräfte mobilisiert, wenn man irgendwie Wachstumstübe hatte oder der Staat Geld ausgegeben hat, aber diese Kapazitäten, diese Ressourcen sind weitgehend groben, also natürlich kann man und dann höre ich auch auf, weil Maurice hat bestimmt auch ganz viele Ideen, kann man, gibt es noch Bereiche, wo man echt Leute einsparen kann, ich glaube nicht, dass wir das dann schön finden, aber es geht, also beispielsweise verdient man immer noch sehr schlecht in der Gastronomie und wenn jetzt woanders bessere Arbeitsbedingungen sind, dann werden natürlich sehr viele Leute sich überlegen, dass sie jetzt keine Lust haben, Schichtdienst als Kellner zu machen, sondern dass sie dann meinetwegen dauerhaft in der Wärmedämmung arbeiten und dafür mehr verdienen oder was immer, aber ich würde sagen, dass diese Möglichkeiten in der Gastronomie oder sagen wir mal bei den Friseuren oder so Leute noch zu heben, dass diese, dass das alles begrenzt ist, eben weil es die Demografie gibt, den Klimawandel gibt und dann auch die Bundeswehr. Möchtest du direkt dazu? Sonst höre ich was ein? Ja, gerne, 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 aber dann ist das Argument ja wirklich, nochmal ganz kurz zugespitzt nachgefragt, nicht, wir können uns das, wir haben das Geld, wir haben das Geld aber wir haben nicht die Leute, das ist das Argument. Also wenn ich sage, 30 Milliarden kostet kostenloser ÖPNV, sagst du, 30 Milliarden, die Nullen sind nicht das Problem, sondern die Leute. Ja, genau, bloß das Problem ist ja, wenn du jetzt einfach anfängst Geld zu drucken, jetzt sagen wir mal, in deinem Modell, damit das auch noch klarer ist, du hast ja gesagt, 20 Millionen kostet es, damit es kostenfrei ist und dann nochmal 10 Milliarden für die Investition, so die Investitionen werden ja schon schwierig, weil das Personal ist nicht da, aber du könntest ja sagen, okay, dann machen wir einfach 20 Milliarden und der Rest, also das, einfach der Betrieb, den wir jetzt haben, der wird dann vom Staat übernommen und der druckt einfach Geld. Ja, das Geld kann man drucken, das ist so, aber dann fängt doch als nächstes das Problem an, dass die Leute, das hat doch hier Tillmann sehr schön dargestellt, also die Leute sparen jetzt, dank der 20 Milliarden, die der Staat in Umlauf bringt, sparen die ja jetzt das Geld, das sie bisher an den ÖPNV gezahlt haben und ich glaube, bei Tillmann waren das dann irgendwie, waren das so 30 Euro im Monat, macht 400 Euro im Jahr und damit fliegt er dann einmal nach Mallorca. So, jetzt haben wir aber nicht die Leute, um mehr Flugzeuge zu bauen, um mehr Piloten nach Mallorca zu schicken, mehr Stewardessen und so weiter, weil wir haben ja hier schon Vollbeschäftigung, das ist ja die Bedingung, die du selber auch akzeptiert hast, das heißt, die Preise für Flüge nach Mallorca gehen dann nach oben und das Ergebnis deiner ganzen, dann ist das Ergebnis, der Staat druckt Geld, damit die Luftfahrt Gewinne macht, also und wir insgesamt eine Inflation haben, ich meine, was soll das? Ja, nein, also ich stimme, ich stimme nicht zu, also grundsätzlich hast du recht, Vollbeschäftigung ist das, was ich auch gesagt habe, ist quasi die Hürde, dann muss man überlegen, wie man die Leute einsetzt, aber das ist nicht das Ende unserer politischen Möglichkeiten, denn natürlich können wir Leute freisetzen, natürlich können wir Steuern erhöhen, damit gewisse, können wir regulieren, können wir sagen, wir verbieten jetzt beispielsweise Wettbüros, wir verbieten jetzt, dass ausgebildete Mathematiker Derivate handeln, wir sorgen, wir legen jetzt alle öffentlichen Krankenkassen zusammen, da gibt es 96, warum braucht man 96, sehr regulierter Markt, echten Wettbewerb gibt es da sowieso nicht, 96 mal Werbung machen, 96 Verwaltung, und macht alles keinen Sinn, wir machen nur eine, haben wir auf jeden Fall Leute, die schon mit, in Ämtern Erfahrung haben, die vielleicht in Planungsbehörden können, irgendwas durchwinken, was auch immer, also wir können, du hast es Leute einsparen genannt, wir können Leute einsparen, wir können Leute im Steuersystem einsparen, wir haben 40 Steuern, davon sind ganz viele nutzlose Bagatellsteuern, Schaum, Wein, Biersteuer haben wir, wir haben eine Hundesteuer, wir haben x Steuern, die nichts einbringen, keine Lenkungswirkung mehr haben, teilweise aus, weiß ich nicht wie viele Jahren, aus dem 19. Jahrhundert kommen, wie die Kaffeesteuer als Kaffee noch Luxus war, heute trinkt es jeder, trinkt auch jeder viel zu viel, wahrscheinlich davon aus gesundheitlichen Gründen, aber das alles kostet wieder Bürokratie, da können wir Leute einsparen, das ist das Erste, was ich sagen würde, das heißt, und das ist die spannende Frage eigentlich, und das ist auch die spannende Frage, wenn ein Land Krieg führt, dann muss es ja Soldaten rekrutieren, und die Frage ist, wo rekrutiere ich diese Leute her, und wie rekrutiere ich sie, ich habe immer Zwang, ich habe Geld, was ich ins Schaufenster stellen kann, und ich kann sagen, andere Wirtschaftsbereiche gibt es jetzt nicht mehr, es gibt jetzt niemanden mehr, der ein Wettbüro aufmachen kann, weil das ist sinnlose Arbeit, man könnte das noch weiterführen, wir werden ja in der Automobilbranche, werden wir auch Leute haben, die freigesetzt werden, beispielsweise, werden wir, wenn wir Kohle endgültig dicht machen, werden wir Leute haben, die freigesetzt werden und was können, wenn wir mehr Kita-Plätze haben, mehr Ganztagsgrundschulen, gibt es Leute, die schon eine gute Ausbildung haben, Eltern gerade sind, oder wenn wir mehr Pflegeplätze haben, die Eltern gerade sind, oder auch ihre Eltern pflegen, die wir dann dem Arbeitsmarkt zuführen können. Also, ja, es gibt noch ganz viel Potenzial, um zu Leuten, den wichtigen Dingen zuzuführen, und deswegen ist doch das alles nicht eine Frage des Geldes, sondern eine Frage von Prioritäten, und diese Prioritäten können wir mit Steuersystemen natürlich lösen, wir können sie mit staatlichen Ausgaben und Subventionen lösen, und warum nicht mal out of the box denken, warum, wir wissen, es gibt zu viele BWLer, hier, ich bin das beste Beispiel, und zu wenig Handwerker. Gott sei Dank, ich habe zwei linke Hände, bei mir würde es nichts bringen. Aber, warum, sagen wir nicht, der Staat gibt jedem, der in den nächsten, weiß nicht, zehn Jahren eine handwerkliche Ausbildung, anfängt und beendet, 5000 Euro Prämie. Ich werfe die Zahl jetzt in den Raum, man kann die höher oder niedriger machen, kann man erforschen, wie viel da einen Anreiz gibt. Diese 5000 Euro werden dafür, dass wir einen Handwerker mehr haben, locker über seine ganze Lebenszeit, wieder reingeholt. Das lohnt sich also. Es gibt Möglichkeiten, Anreize zu schaffen. Wir haben bei dem, im Pflegebereich beispielsweise, haben wir ganz viele Pfleger und Pflegerinnen, die sagen, ich würde sofort zurückkommen, wenn die Arbeitsbedingungen besser sind. Mehr Geld, weniger Arbeitszeit, mehr Kollegen. Das ist also, Kapazitäten sind auch eine Frage von Geld, und deswegen sollten wir das nutzen. Und zu deinem zweiten Punkt, wir werden Katastrophen haben, und deswegen wird es eine Mehrheit für Klimaschutz geben. Wenn dem so wäre, müssten eigentlich alle Kommunen schon längst sagen, Achtung, wir hatten gerade das Ahrtal, und ab sofort fangen wir sofort an, unsere Abwassersysteme, unsere Kanalsysteme, unsere Regenrückhaltebecken, unsere Entsickerungsanlagen, alle zu modernisieren. Die Pläne liegen in den Schubladen. Da fehlt wiederum das Geld. Also, würde ich wiederum doch sagen, zu der Schlussfolgerung kommen, es ist alles eine Frage von Versicherungswirtschaft, kann man ganz viel einsparen, ist auch ein Bullshit-Job, da gibt es keine makroökonomischen Nutzen, sondern nur eine Gruppe sichert sich ab, gegen eine andere, gegen irgendwelche Risiken. All das sollten wir hinterfragen und auf den Prüfstand stellen, wenn wir doch als öffentliches, wichtiges Ziel haben, irgendwie einen enkeltauglichen Planeten zu übergeben. Nur zwei Sachen ganz kurz und dann, glaube ich, kann man auch mal in die Diskussion gehen. Das Erste ist, alle deine Beispiele teile ich, ob das die Versicherungen sind oder die Wettbüros. Aber ich glaube, du überschätzt, wie viele Beschäftigte sich da freieisen lassen. Und das Zweite, was ich aber sehr lustig finde, bei mir sagst du immer, alles, was ich vorschlage, ist nicht populär. Jetzt würde ich aber mal sagen, deine Schließung der Wettbüros, also die Leute, die wetten wollen und Lotto spielen und so, die werden das jetzt auch nicht schick finden. Oder die Leute, dass wir 96 öffentliche Krankenkassen haben, liegt ja auch daran, dass die meisten Leute, natürlich verblendet, wir sind uns da einig, aber trotzdem denken, dass das für sie ganz wichtig ist, dass sie bei der Techniker Krankenkasse sind und nicht bei der Barmer Ersatzkasse. Und dann bilden sie sich, ich weiß auch nicht wieso, irgendwie mordsmäßig darauf ein, dass sie bei der TKK sind. Und denen dann allen zu erklären, wisst ihr was, es gibt jetzt hier nur noch eine Kasse und da seid ihr dann mit den AOK-Patienten. Das ist ja, ich meine, das ist der totale Unsinn, alles, wir sind uns einig, aber so läuft der Laden. Also da frage ich mich jetzt, wieso du mir immer erzählst, meine Vorschläge sind total unpopulär. Und dann kommst du also mit Vorschlägen, die sind noch unpopulärer und hältst die für realistisch. Aber wie gesagt, man würde sowieso nicht genug, das ist mein Hauptpunkt, sowieso nicht genug Arbeitskräfte damit mobilisieren. Aber Arbeitskräfte, ganz grundsätzlich, in jeder Wirtschaft Arbeitskräfte immer knapp. Ja, weil man könnte in jeder Wirtschaft immer mehr machen und es gibt immer halt nur so und so viele qualifizierte Leute. Also Knappheit hat man immer. Priorisieren muss man immer. Aber das ist, ja, aber das, da verwechselst du jetzt schon wieder Mikroökonomie und Makroökonomie. Also scheinst, das war eben auch ein Beispiel und kein mikroökonomischer Beleg. Aber gut, mach mir das. Nee, 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 aber du scheinst hier Lionel Robbins dann auch zu denken, ja, Lokation knapper Ressourcen, ja, das war aber ein Mikroökonom. Makroökonomisch sind wir in einer völlig neuen Situation. Es ist nicht so, dass irgendwas knapp ist, sondern wir haben dynamisch die Situation, dass jedes Jahr es nicht knapp wird, sondern knapper. Und zwar um 500.000 Leute, kann man auch quantifizieren. So und das, also die Zahl der Erwerbsfähigen geht gar nicht um die Erwerbstätigen, sondern die, die überhaupt arbeiten können, weil sie im richtigen Alter sind. Dass die pro Jahr um 500.000 abnehmen, das gab es in der gesamten deutschen Geschichte noch nicht. Und jetzt so zu tun, als wäre extremes knapper werden, als dynamischer Prozess, wäre irgendwie das Gleiche wie es ist irgendwas knapp. Das spielt sozusagen mit dem Wort knapp. Aber knapp, also die Knappheit gibt es ja immer, ob sie jetzt, ob wir jetzt, also du kannst jetzt sagen, in Griechenland gab es 2012 keine Knappheit, weil die 25% Arbeitslosigkeit hatten. Und wenn die dann vernünftige Wirtschaftspolitik gemacht hatten, dann hätten die vielleicht keine mehr gehabt. Und wenn dann der Staat dann Klimaschutz hätte machen wollen, wäre in Zeiten von Arbeitslosigkeit das möglicher gewesen, einfacher gewesen, ohne zu priorisieren, ohne woanders was freizusetzen, ohne der Privatwirtschaft Leute abzunehmen. Also vielleicht eine vergleichbare Situation. Aber ich meine, so ist es dann. Und man muss sich alles runterregulieren, wenn der Staat höhere Preise zahlt, was dann keine Inflation wäre, sondern eine Verschiebung relativer Preise. Wenn Leute woanders mehr verdienen können in anderen Branchen, in öffentlichen Branchen, weil wir sagen, Klimaschutz ist uns wichtiger. Ja, dann ist es halt für die Gastronomie, dann ist es halt für andere Geschäftsmodelle, die dann eben zumachen müssen, dann ist es nun mal eben so. Aber das ist ja jetzt nicht, also wir haben bei sechs, wir sind bei 45 Millionen Erwerbstätigen. Ja, aber du musst sehen, was das bedeutet. Also ich sage ja, da gibt es noch durchaus Pockets, die man erheben kann, aber nicht so viele, wie du meinst. Aber wenn du jetzt sagst, das ist wieder aus meiner Sicht, wird da Mikroökonomie und Makroökonomie verwechselt. Wenn du Leute zum Staat lockst, aus anderen Branchen, mit höheren Gehältern, dann haben die da ja jetzt Geld in der Hand. Und dieses Geld wollen die ausgeben. Also ich mache das jetzt mal ein bisschen platt. Die wollen dann damit ins Restaurant gehen. Blöderweise ist es aber so, es gibt ja gar keine Kellner mehr, sondern die wurden ja jetzt alle abgelockt vom Staat mit seinen höheren Löhnen. Das heißt, die wenigen Kellnern, die es noch gibt, werden jetzt Fantasiepreise dafür verlangen, dass sie überhaupt noch jemanden bedienen. So, dann ist also das Erlebnis der Leute, die zum Staat gegangen sind, komisch, komisch. Ich habe, ich verdiene viel mehr als vorher, aber kann ich gar nicht umsetzen. Noch schlimmer, die Preise für die Gastronomie, in der Gastronomie steigen für alle. Das ist eine echte Inflation, weil es gibt dann nur noch ganz teure Speisen. Und das müssen alle zahlen, auch die, die gar nicht beim Staat sind. Aber es ist keine Inflation. Also es ist eine, also Friseure sind beispielsweise auch chronisch unproduktiv. Die können nicht produktiver werden. Also was sollen die machen, um produktiver zu werden? Der Roboter kommt. Das wollen wir nicht. Also Friseure chronisch unproduktiv. Wenn wir jetzt das Lohnniveau insgesamt anheben, dann können das Industrieunternehmen mit mehr Produktivität wettmachen. Der Friseursalon aber nicht. Das heißt, der muss immer teurer werden. Es ist Friseur, dass wir uns die Haare, dass wir Menschen uns die Haare schneiden lassen, ist also in einer hochproduktiven Wirtschaft ein unproduktiver Luxus, den wir uns leisten. Und ja, das wird dann teurer. Aber das ist dann, das ist eine Veränderung von relativen Preisen zueinander. Dann mache ich jetzt mal, also weil du jetzt, nein, ist doch ein totaler Unterschied, ob man sagt, wie finanziert man Bereiche, die nicht produktiver werden können. Dazu gehört Friseur, dazu gehören aber auch Lehrer, dazu gehören in gewisser Weise auch Krankenschwestern und so weiter. Ist eine völlig andere Frage als, was passiert in einer Wirtschaft mit chronischem Arbeitskräftemangel. Ja, das ist ja das, wovon wir jetzt reden. Es geht gar nicht um Produktivität, es geht um chronischen Arbeitskräftemangel. Wenn dann eine Sektion, nämlich der Staat, weil er Geld aus dem Nichts drucken kann, anfängt, hohe Löhne zu zahlen. Ja, kann er die anderen immer ausbieten. Ja, genau. Dann produzierst du eine Inflation, die sozusagen quer durch das Gelände geht und natürlich dann den Effekt hat, dass die Leute sich sagen, okay, jetzt bin ich aber nicht mehr Friseurin. Ja, jetzt gehe ich zum Staat. Ich muss ja irgendwie mehr verdienen. Aber es ist eine völlig, du hast aber eine Inflation und da werden dann ganz viele Branchen sterben. Oder Leute erleben, dass sie sich das nicht mehr leisten können, obwohl sie eigentlich gut verdienen. Um das jetzt mal von der Produktivität wegzunehmen. Ein sehr produktiver Bereich ist ja das Fliegen. Offiziell eine Dienstleistung, aber ist natürlich hochtechnisiert. Und wir wissen, jedes neue Flugzeug ist 20 Prozent effektiver als das alte und so weiter. Also diese Flugindustrie passt also sozusagen in das Gesamtmodell der Wirtschaft. Da müssen wir jetzt nicht diskutieren, was ist mit Leuten, die gar nicht produktiv werden, wie Friseure und so weiter. Aber da hättest du genau das gleiche Phänomen. Wenn du jetzt sagst, ja der Staat zahlt unendlich viel besser, dann hast du auch keine, am Ende vielleicht noch nicht mal mehr Piloten. Oder du hast eben jedenfalls nicht mehr Leute, die Flugzeuge herstellen, sondern die sind dann auch alle beim Staat. Und dann haben die Leute beim Staat Geld. Und jetzt wollen sie nach Mallorca fliegen. Aber leider geht das gar nicht, weil es ja gar keine Flugzeuge gibt. Und die Preise in der Flugzeugindustrie sind dann total hoch. Und dann haben die Leute, dann hast du wieder eine Inflation. Das ist das, was ich halt sagen will. Du kannst in einer Wirtschaft mit, die sozusagen überwachsen, über die Vollbeschäftigung, die mehr als vollbeschäftigt ist, kann der Staat nicht einfach Geld drucken. Dann müssen, das kann er, wenn er woanders Kaufkraft rausnimmt. Wenn er woanders einschränkt. Und deswegen ja, beispielsweise regulieren. Wir verbieten gewisse Branchen. Wir verbieten, dass Strom aus Kohle produziert wird. Das ist doch das klassische Beispiel. Da werden Leute freigesetzt, die dann woanders hingehen. Ja, natürlich. Aber ich bitte dich, wie viele Leute arbeiten denn noch in der Kohleindustrie? Das sagst du bei jedem Beispiel, was ich aufziehe. Aber dann, weißt du was, hier Maurice, wir können das ja mal so machen. Du machst mal eine Liste deiner Vorschläge, möglichst komplett. Und dann schreibst du mal daneben, wie viele Leute da real arbeiten. Genau. Damit wir jetzt diese Diskussion mal abräumen. Weil ich würde garantieren, dass du damit höchstens zwei Jahre füllen kannst. Ich sage es nochmal. Jedes Jahr, jedes Jahr gehen 500.000 Leute weg aus dem Arbeitsmarkt. Und das summiert sich innerhalb kürzester Zeit auf Millionen. Gut, dann kannst du Zuwanderer, Frauen und so weiter. Aber am Ende hast du immer noch Millionen, die fehlen. Ich steige mal. Erster Punkt. Vielen lieben Dank. Ihr werdet dem Titel Emanzipatorische Wirtschaftskontroversen mehr als gerecht. Ich freue mich sehr. Ich sitze hier eigentlich nur und grinse mir einen ab. Ich habe wirklich großen Spaß an dieser Diskussion. Zweitens danke auch an Ulrike, dass sie das mal mit diesem, also dass sie ja im Endeffekt, ich hoffe, ich überfordere mit dem Begriff jetzt jemand, dass unser Wirtschaftssystem eigentlich ein super oder Investitionsstau ein super wicked Problem ähnlich wie der Klimawandel ist. Da sind wir bei der politischen Steuerung, die Maurice auch angebracht hat. Nur die Zeit ist halt abgelaufen. Und aus euren beiden Debatten, aber ich habe übrigens gerade nachgeguckt, Kohle, in der Kohle arbeiten noch Pi mal Daumen 20.000 Leute in Deutschland ungefähr. Aber nichtsdestotrotz, wenn es doch eh immer schlimmer wird, wird doch jetzt nicht jetzt Zeit, was Maurice sagt, mit einer radikalen, effizienten Steuerung, die zumindest momentane Besserung für die Leute, die da drin sind, bringt, dass wir, sagen wir mal, auf sechs bis sieben Jahre zumindest große Investitionen jetzt doch noch machen, weil wenn es eh unfassbar schlimm wird, dann ist es doch besser, jetzt noch möglichst irgendwie zu versuchen, alles abzulischen. Und wäre das nicht zumindest eine Sache zu sagen, okay, auch wenn der Keynesianismus auf Jahrzehnte nicht mehr funktionieren wird wegen Personen oder wegen Ressourcenmangel, so fies das jetzt klingt, über Menschen als Ressourcen zu sprechen, aber natürlich jetzt halt noch so viel reinzubuttern, wie geht und dann zu sagen, also, ne, und diese Restaurantinflation, etc., auch die Serviceinflation, mal schauen, wie lang, also das wird ja trotzdem noch ein bisschen brauchen, weil ganz häufig ja durchaus also durchaus auch Branchen immer noch mit weniger Beschäftigten und besser bezahlt laufen könnten. Ich weiß ja selber, dass die, dass die Restaurants jetzt schon irgendwie in den Schwierigkeiten sind, sieht man ja daran, dass sie jetzt alle der Meinung sind, sie dürften auch künftig nicht wieder den normalen Gewerkssteuersatz zahlen. Was sagt denn Maurice dazu? Ja, das sollte unbedingt bleiben, natürlich. Genau, noch ein anderer Punkt und vielleicht kommen wir mit einer Frage aus dem Chat, die aus sehr offenen Fragen, die ich euch vorher genannt habe, kommt. Inwieweit haben wir denn das denn hier eigentlich auch mit einer Art Kulturkampf zu tun? Also, dass einfach Jobs, die notwendig sind, einfach mehr wertgeschätzt werden müssen, sowohl eben finanziell, das sind wir bei der wirtschaftlichen, aber dass wir natürlich ein Problem haben, dass gewisse Jobs auch in der neoliberalen Ideologie natürlich sehr viel besser dastehen und aber natürlich trotzdem vielleicht nochmal zu dem Problem, auch was wären denn reale Anreize, dass Leute auch in notwendige Jobs gehen, weil ich zitiere zum Beispiel den von mir sehr geschätzten Wolfgang Schmidt, also bevor ich mal körperlich nochmal arbeiten gehe für einen Boss, werde ich lieber in die FDP eintreten. Ja, also das hatte ja Maurice vorhin auch schon gesagt, dass Pfleger ja sagen, sie würden wieder pflegen, wenn es mehr Kollegen gäbe, also im Wesentlichen geht es gar nicht mehr ums Geld, sondern um weitere Arbeitskräfte, nur die gibt es eben nicht. Oder wenn anders gesagt, wenn man da, das muss einem dann auch klar sein, wenn man da mehr Arbeitskräfte will, dann heißt das, dass jeder von uns, ich will ja dafür, mehr in die Pflegekasse zahlt. Irgendwo muss das Geld herkommen. Also die Leute scheinen irgendwie zu denken, dass die Pflege umsonst, das ist ja auch nicht. Also es ist immer dieses Umsonstgedanke. Also wenn mehr Pflegekräfte da sein sollen, dann müssen die Gesunden, die noch arbeiten, alle mehr in die Pflegekasse einzahlen. Wo soll sonst das Geld herkommen? Aber ich dachte, man kann oder konnte in der Theorie durchaus Geld aus dem Nichts erzeugen. Ja, aber nur dann, wenn man, das konnte man eigentlich noch nie für Konsumausgaben. Ich glaube, dass, ich meine, das ist auch noch ein Unterschied, auf den wir nicht eingegangen sind, der Unterschied zwischen Investitionen und Konsumausgaben. Aber auch das ist inzwischen hinfällig, weil es eben diese ganzen Arbeitskräfte gar nicht gibt. Also ich wiederhole mich. Also man könnte ja sogar, wenn man sagt, okay, das ist jetzt prioritär, entweder man gibt mehr aus, das ist die Anpassung nach oben. Erstmal haben wir übrigens 3,5 Millionen Arbeitslose plus 700.000 Unfreiwillige in Teilzeit, die gerade keinen Job finden und auch mehr als offene Stellen. Also Arbeitskräftemangel und Fachkräftemangel gibt es noch nicht. Also nicht, sagt selbst die Bundesarbeitsagentur und die ist eher konservativ. Aber der andere Weg wäre ja, wir sagen, wir besteuern jetzt so hoch, dass die Privatwirtschaft nachlässt, weil die Leute keine Kaufkraft mehr haben. Dann gibt es Arbeitslose, weil die Privatwirtschaft kleiner wird. Und dann kommen die Leute zu bestehenden Preisen und sagen, ey, kann ich nicht Lehrer sein, kann ich nicht Pfleger sein, kann ich nicht für den Staat was machen. Das wäre dann die Anpassung nach unten. Aber die Privatwirtschaft ist ja immer so groß, wie der Staat es will. Also mit einer Steuer, andersrum, die Ausgabe ist das Gaspedal und die Steuer ist das Bremspedal. Je höher die Steuern, desto weniger Zunder für privatwirtschaftliche Aktivität, wenn ich das mal so nennen darf. Da sind wir uns völlig einig. Also wenn es eine Gegenfinanzierung durch Steuern gibt, dann sind das ja keine Schulden mehr. Jedenfalls nicht auf Dauer. Dann ist das völlig unproblematisch. Das ist dann auch das, was jeder Liberale sagen würde. Das ist aber, dann sind das völlig andere Annahmen. Aber es geht nicht um die Zahl. Bei der Zahl muss nicht eine Null rauskommen. Wir müssen nicht, um 50 Milliarden ausgeben zu können, 50 Milliarden einnehmen. Wir können, wenn wir die richtigen mit einer Steuer treffen, mit 5 Milliarden mehr Steuereinnahmen so und so viele Leute freisetzen, die dann, wenn man irgendwo anders mehr ausgibt, auch das quasi dann stemmen. Also, weil, wenn wir jetzt Reiche besparen, gibt es dadurch, Reiche besteuern, gibt es dadurch nicht eine Arbeitskraft mehr natürlich. Man besteuert nur deren Ersparnisse weg, die ohnehin nicht in der Realwirtschaft irgendwelche Kapazitäten binden. Das sehe ich auch so, ja. Also, das müsste man jetzt einfach mal durchrechnen. Ist ja nur der andere Weg. Also, man kann nicht nach unten gehen oder nach oben gehen, aber am Ende ist es immer eine Priorität, wofür setzen wir die Leute und die Ressourcen, die wir an der Wirtschaft haben, ein? Und wie groß lassen wir die Privatwirtschaft sein, um für private Sachen deren Ding zu machen und die Leute dafür Opportunitätskosten nicht zu nutzen, öffentliche Sachen zu machen? Ja, das ist eine interessante Frage. Das ist eine interessante Frage. Das müsste man aber mal durchrechnen. Hast du denn da ein Rechenmodell? Aber ist ja reine Logik. Muss man ja nicht durchrechnen. Nein, das ist keine reine Logik. Du willst ja wenig Geld ausgeben, nee, du willst viel Geld ausgeben, aber nur wenig Steuern einnehmen. Am Ende ist mir egal, wie viel Geld oder wie viel Steuern. Am Ende geht es darum, schaffen wir es, übersteuern, und über Ausgaben und über Regulierung noch als drittes dann dazu, die Leute oder genug Leute das machen zu lassen, was für Klimaschutz notwendig ist. Das ist eigentlich ganz basal, worauf es ankommt. Ja, ja, genau. Dann bist du aber schon weitgehend da, wo ich auch schon immer war, nämlich bei Rationierung und bei staatlicher Planung. Dann kann man sich diese ganze Nummer, also du bist dann derartig damit beschäftigt, Prioritäten zu setzen und das willst du dann irgendwie durch Steuern erreichen. Das ist die Abkürzung. Nee, das ist nicht die Abkürzung, das ist ein umständlicher Umweg. Dann könnte man sagen... Deine Sache ist die Abkürzung, wenn man sagt direkt, wir rationieren. Ja, ja. Nee, und staatlich planen und sagen, wir machen jetzt das noch und das verteilen wir dann. Und das ist dann auch für jeden transparent. Steuern haben ja den Nachteil, dass sie sehr intransparent sind und auch nicht immer klar ist, wer jetzt wovon profitiert und was sie dann eigentlich im Genaue bewirken. Dann würde ich sagen, wenn du so weit bist, du bist ja jetzt weit, weit weg, das will ich nur mal festhalten für das Protokoll. Du bist jetzt weit, weit weg vom Geld aus dem Nichts, ne? Nee. Geld ist weiterhin aus dem Nichts. Ressourcen sind nie aus dem Nichts da gewesen. Es geht immer um Ressourcen. Geld kann Ressourcen mobilisieren. Ja, ja, ja. Aber in dem Moment, wo du dann auf der Ressourcenseite bist, wo ich ja auch bin mit meiner Kriegswirtschaft, spielt diese ganze Geldseite gar keine Rolle mehr. Und dann bist du eigentlich schon bei staatlicher Planung und bei Rationierung. Dann kannst du dir die ganze Steuernummer eigentlich schenken. Das ist alles, was ich sagen will. Und ich bin ja erfreut, dass es nur, sich Minuten gedauert hat oder 80, um dich schon von meiner Kriegswirtschaft zu überzeugen. Ich war schon, von Kriegswirtschaft war ich schon vorher überzeugt. Habe ich schon in meinem ersten Buch Mythos Geldknappheit am Ende drin, dass ein Green New Deal von der Kriegswirtschaft ziemlich viel lernen kann. Ja, aber du willst immer noch Wachstum. Davon bin ich ja weg. Oder willst du auch kein Wachstum mehr? Da greife ich doch mal ganz kurz ein. Frage mich aus dem Chat. Wachstum ist der falsche Begriff, aber ist egal. Kann durch immense Investitionen nicht auch die Produktivität so gesteigert werden, dass man halt weniger Menschen braucht und wieder mehr Mittel für alle freigesetzt werden. Wobei wir ja auch schon in der Überproduktion sind. Das muss man auch dazu sagen. Und dann würde ich gleich gerne nochmal auf so Begriffe wie Plan etc. eingehen. Die werden auch schon im Chat diskutiert. Aber glaubt ihr, dass durch eine Produktivität, haben wir noch technisch eine Möglichkeit, soweit Produktivität zu steigern und dann damit noch irgendwas zu wuppen? Willst du? Soll ich? Ich würde sagen, selbstverständlich. Also wir wissen nicht, wie die Welt von morgen ist und was der technische Fortschritt ist. Werden wir nochmal so was haben, wie wir stellen vom Briefe schreiben aufs Faxgerät um oder so. Das war natürlich ein Informationsvorteil oder Vorsprung. Der ging so schnell, das haben wir jetzt nicht mehr. Also dann ist jetzt die Frage, kriegen wir eine Information innerhalb von einer Millisekunde und einer halben Millisekunde, wenn das Handy besser ist. Das bringt kaum einen Vorteil. Also diese Sprünge, da haben wir ziemlich viel schon gemacht. Aber trotzdem werden wir natürlich in vielen Bereichen produktiver sein können und vor allem unabhängig von Produktivität auch einfach substituieren können, menschliche Arbeit durch Maschinen in mehr Bereichen, als wir früher konnten. Also ja, die Roboter können uns quasi retten, können auch Ressourcen freisetzen, selbstverständlich. Menschliche Arbeitskraft, die dann Gebäude sanieren kann oder die Roboter produzieren serielle Dämmeinheiten, die wir dann anbringen. Also ja, kurze Antwort ist, wie viel Produktivitätswachstum wir noch haben können, ist ungewiss, aber da ist sicherlich noch Platz nach oben. Nein, das ist ja völlig klar, dass wir weiter Produktivitätsgewinne haben werden. Nur muss man ja da beachten, dass Produktivitätsgewinne im Kapitalismus sind nicht neu, sondern es gab immer im Kapitalismus Produktivitätsgewinne. Das heißt, der Produktivitätsgewinn ist im Zentrum dieses Systems. Das ist nichts Neues, nach dem Motto, noch nie hatten wir Produktivitätsgewinne. Das hat der Maurice auch schon bald dargelegt, am Beispiel des Briefes und des Faxes. Also übrigens, ich glaube, ich muss hier mal demnächst Schluss machen. Das tut mir echt leid, aber nur, dass das alle wissen, es geht jetzt hier nicht mehr lange gut. Jedenfalls, es gibt immer Produktivitätsgewinne und das geht auch schon ganz früh zurück. Also für mich ist der Kapitalismus das Gleiche wie die Industrialisierung und die begann ja ganz wesentlich mit der Dampfmaschine. Man muss sich klar machen, dass die Dampfmaschine, als sie am Anfang des 18. Jahrhunderts erfunden wurde, war derartig ineffizient, dass man irgendwie 24 Kilo Kohle brauchte, um am Ende eine Pferdestärke für eine Stunde zu erzeugen. Also wenn das auf diese Weise geblieben wäre, hätte man natürlich niemals sowas gehabt wie ein Auto, weil das Auto hätte ja kilometerlang die Kohle hinter sich herschleppen müssen, mit welcher Energie, nicht? Also es ging überhaupt nicht. Die ersten Dampfmaschinen konnte man nur in Gruben aufstellen, wo ganz viel Bruchkohle rumlag, die sowieso keine Socke haben wollte, um dann damit die Schächte zu entbessern. Aber es war völlig klar, da muss man jetzt ranrauschen und dass das die Dampfmaschine effizienter werden muss, wenn die irgendeine Zukunft haben soll. Und damit hat man dann schon ab 1712 angefangen. Und der berühmteste Name kennen alle ist James Ward, weil der sozusagen ganz große Effizienzströme gemacht hat, aber er war keineswegs der Einzige und das geht ja bis heute weiter. Oder auch was etwas, was mich am meisten geflasht hat, weil mir das vorher auch nicht so klar war, Produktivitätsfortschritt und Recycling gehören auch zusammen. Also viele Leute denken ja auch, Recycling sei eine völlig neue Erfindung und hätte es noch nie gegeben. Nee, nee. Der wahrscheinlich größte Sprung im Recycling ist auch im 19. Jahrhundert passiert. Und zwar, als man festgestellt hat, dass man diese ganzen Teer-Rückstände, die in den Kuckereien angefallen sind, die ertranken im Teer, dass man daraus Farben macht. Nicht? Anilienfarben. So, und damit ist die chemische Industrie in Deutschland entstanden, unter anderem BASF. Und dann hat man als nächstes, das finde ich noch irre, festgestellt, dass ja die chemische Zusammensetzung von diesen Anilienfarben sich auch pharmazeutisch verwenden lässt. Also Aspirin ist praktisch chemisch sehr ähnlich wie diese Anilienfarben. So, und dann hatte man eben plötzlich chemische Giganten wie BASF, die gleichzeitig auch Medizin gemacht haben. Und das war aber alles eigentlich Recycling und gleichzeitig enorme Produktivitätsstrünge. So, das heißt, diese Kernideen, die immer kommen, wenn man Klimaschutz machen will, nämlich Recycling und Produktivität, ist ganz alt und im Kapitalismus verankert. Aber dann weiß ja jeder, was als nächstes passiert ist. Dann hat nämlich der sogenannte Rebound-Effekt oder der Boomerang-Effekt hat dann zugeschlagen. Denn man hat nämlich, und was passiert ist dank neuer Effizienz, ist, dass man pro Wareneinheit weniger Energie oder weniger Rohstoffe verwendet hat. Aber das Ergebnis war dann nicht, dass man am Ende weniger Rohstoffe benutzt hätte, sondern stattdessen hat man mehr Waren hergestellt. Man hat also Wachstum erzeugt. Und auf der makroökonomischen Ebene ist eben Produktivität, ist Effizienz, ist auch Recycling. Letztlich das gleiche wie Wachstum. Und deswegen kommt man nur mit dieser Schiene, man setzt irgendwie auf Technik oder Effizienz, kommt man eben nicht weiter beim Thema Klimaschutz. Sondern man muss einen völlig neuen Ansatz haben, nämlich zu sagen, erstmal müssen wir runter, zurück in die Grenzen der Natur. Im Augenblick tun die Deutschen so, als könnten sie drei Planeten verbrauchen. Es gibt aber bekanntlich nur eine Erde, also dieses runter kriegt man jetzt nur noch mit Schrumpfen zustande. Und wenn man dann geschrumpft ist und es gibt irgendwie eine technische Entwicklung, die die Effizienz steigert und den Rohstoffe einspart, dann kann man wieder ein bisschen wachsen, weil man ja jetzt weniger Rohstoff braucht. Aber das ist ein völlig anderes Wachstum, als das, was wir heute haben. Heute im Kapitalismus gibt es einen Wachstumszweck und es wird alles in Wachstum umgesetzt, um das System stabil zu halten und die Natur ist egal, Hauptsache Wachstum. Künftig muss man das Verhältnis umdrehen, nicht? Man kann wachsen, wenn man in den Grenzen der Natur bleibt. Das hat aber mit Kapitalismus dann nichts mehr zu tun. Aber wie gesagt, das Ende des Kapitalismus ist ja nicht das Ende der Wirtschaft, es ist auch nicht das Ende der Menschheit, aber es ist das Ende des heutigen Systems. Alles klar. Frage. Möchtet ihr, soll ich noch eine kurze Frage einbringen, die ich noch vorbereitet habe? Nämlich nochmal die Frage nach, geht es eigentlich um sozialen Ausgleich, dass ganz viele Klimaschutzsachen nicht durchgehen oder ist es wirklich ein ideologisches Problem oder sagt Ulrike, man hört auch, dass die Stimme angeschlagen ist und wir verschieben das. Möchtet ihr, weil das wird dann, hätten wir noch so fünf Minuten wahrscheinlich mit der Stimme von Ulrike möchten, sollen wir das mal anders klären oder kannst du noch kurz? Oder ist es breit? Okay. Ich würde sagen, wir haben das eben ja schon geklärt. Also das haben wir ja in der ersten Runde schon gemacht. Das stimmt, wir haben da schon viel drüber gesprochen. Egal, dann, es waren auch 90 Minuten, es waren sehr intensive 90 Minuten und wir hätten noch super viel drüber reden können über die, hier über Industriestrompreis haben wir noch reingehen können. Ulrike kam eben BASF, ich hatte mich noch schön darauf vorbereitet und generell Subventionen für Industrie. Ich bedanke mich bei euch beiden erstmal ganz herzlich, dass ihr wirklich dieses Format so wunderbar von euch aus ausgefüllt habt und ich eigentlich relativ wenig zu tun hatte. Ich hatte einen großen, großen Spaß. Es gab extrem viel Diskussion im Chat und die haben viel über eure Inputs diskutiert. Es gab die Anregung, ob ihr beiden nicht zusammen einen Podcast zur Geldtheorie oder so etwas machen möchtet oder eine regelmäßige Debatte. Die Leute freuen sich auf eure nächsten Bücher. Zu der regelmäßigen Debatte ich teaser da mal an, könnt ihr euch überlegen, wenn ihr die Ressourcen stellt, könnte man gucken, ob die Böll Stiftung Rheinland-Pfalz das Geld für so eine regelmäßig wiederkehrende Debatte stellt. Dann ganz viele Genesungswünsche an Ulrike. Ja, also ich muss sagen, ich fand das jetzt auch sehr angenehm mit dir, Tillmann und mit Maurice. Also ich glaube, dass das eine Comedy funktioniert. Also jetzt muss ich mal hier wieder, also ich weiß nicht, hat man alles gehört? Ja, ich wollte sagen, dass es eine Comedy funktioniert und hat mir Spaß gemacht mit dir und mit Maurice. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das einmal im Jahr macht. Also mir habe ich keine Zeit, aber vielleicht ist einmal im Jahr ja ganz gut, weil dann ganz viele Themen auch aufgelaufen sind, die man wieder besprechen kann. Und ja, und dann kann man vielleicht auch gucken, ob das, was man behauptet hat, auch ich selber, ob das überhaupt stimmt oder ob das dann irgendwelche neuen Studien gibt, die das widerlegen oder so. Glaube ich zwar nicht, aber man muss ja selbstkritisch bleiben. Ja, also mir hat es auch riesen Spaß gemacht. Ja, danke für die Einladung und immer wieder gerne. Also unbedingt. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen lieben Dank an alle, die zugeschaut haben. Vielen lieben Dank für die Chatbeiträge. Ich bedanke mich natürlich auch bei der Technik, dass sie das alles einmoderiert hat und mir das aufgearbeitet hat. Ganz kurz für alle hier aus der Region Mainz, Frankfurt, Wiesbaden, die Veranstaltung mit Thorsten Menze, der Heinrich-Böll-Stiftung einenfalls fällt morgen leider krankheitsbedingt aus für alle, die das vorhatten. Aber morgen in einer Woche, 22.11. haben wir ohne Nymond und Wolfgang im Schmitt zu Gast zur Frage, wie geht emanzipatorische Arbeit auf Social Media? In der Uni in Mainz, in der alten Mensa. Wir haben Plätze für 200 Menschen. 18 Uhr ist Einlass. Ansonsten bedanke ich mich nochmal bei allen. Wünsche allen eine herausragende Restwoche. Lassen Sie sich nicht ärgern, lasst euch nicht ärgern und ich würde mich freuen, wenn wir uns in Präsenz oder digital wiedersehen. Bis dahin, einen wunderschönen Abend. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.